Da der Namenlose Macht hatte, da ward es mächtiger denn die Götter, und die Dämonen tobten ihm zum Gefallen. Da ging das Namenlose und nahm selbst den Gott der Sonne gefangen, und es ward die erste Sonnenfinsternis, und auch der Mond ward verfinstert von den dämonischen Horden, die herabgezogen und das Blendwerk, welches das Namenlose warf zwischen dritte und fünfte Sphäre, das war so mächtig, dass selbst die Götter nicht sahen, was auf Dere vor sich ging. Denn das Namenlose trug die siebengehörnte Dämonenkrone, und es war Marschall und Feldherr der Dämonen, und die tobten nach seinem Befehl. Und ein Gehörnte trug das Halsband der Tergunitoth, und die Dämonen fuhren in die Toten und wandelten auf Dere, als ob sie ihnen gehörten. Und ein anderer Gehörnte trug den Mantel der Korruptorot, und die Meere und Ströme wurden zu Blut. Aus den Schriftrollensammlungen der Silam Horas Bibliothek, Silam, Schriftrolle 273, aus dem Silamia. Als die namenlosen Zeiten ihren Höhepunkt erreichten, ließ der Dämonen Sultan das Ungeheuer los, das zu seinen Füßen kauerte. Es war die vielleibige Bestie, das Zerrbild des Lebens selbst. Brüllend, hechelnd und geifernd drang die Bestie in die Welt ein. So grässlich war ihr Anblick, dass die Menschen sich schreiend am Boden wandten und selbst Götter mit Grausen ihr Anklitz bedeckten. Jene aber, die der Bestie entgegentraten, führten einen Kampf, der aussichtslos schien. Ihr grotesker Leib wuchs mit jedem Treffer, und selbst magischer Stahl hatte keine Kraft wider sie. Gift schoss aus ihrem Maul, und wo ihr Speichel hintroff, da entstanden die vier Sümpfe des Todes. Waffen von Endurium gewannen die Helden, doch der Saft der Bestie kocht die Klingen hoch und tötete jeden. Waffen von überderischem Titanium führten die Alveraniare, aber wo eine Klinge trab, da wuchs ein Spinnenbein hervor, groß wie ein Mammutbaum. Waffen von ewigem Göttergold führten die Götter, doch selbst das Blut der Bestie war brennendes Gift, und brodelnde Ströme und saure Seelen verwüsteten das Land. Tausendmal tausend Menschen verschlangen die Bestie, und jeder Leib machte die Eben größer. Erster namenloser Tag des letzten Jahres von Deere Fassungslos könnt ihr zusehen, wie im Süden von euch die Schiffe aufeinandertreffen. Risse und Zyliten schließen sich von unten an, entern die Schiffe der Piraten. Otsutsuts und ein grausiger Wachtachior ziehen über die Oberfläche, greifen nach euren Taluken, stecken die Segel in Brand und verschlingen die Seemänner und Frauen. Die Bande aus Karybso schießt nach Al-Anfa, versteckt sich immer wieder in den eigenen Rhein, um das Gegenfeuer nur zuzulassen, während die Al-Anfa gewillt sind, auf Verbündete zu schießen. Ein Blick hinter euch zeigt, dass die Sulman ihre Chinne verloren hat und bewegungslos vom Strudel ergriffen abtreibt. Ihr könnt Sani neben euch erkennen, nur 20 Meter entfernt, oben am Deck seiner Seeadler, der euch grimmig zubblickt. Vor euch ragt der Moloch von einem Schiff auf. Ihr könnt sehen, dass die Kiefer der Plagenbringer geöffnet sind und ein Zerrbild eines gehörnten Rochen hervorströmt. Strudel und Würgewellen zieht er hinter sich her. Er schließt sich dem Kampf an, der alles vernichtend im Süden tobt. Ihr schätzt, dass euch von den mehr als 200 Schiffen nur noch zwei Hände voll geblieben sind. Was wollt ihr tun? Havulgat, übernehmt ihr das Schiff. Ich muss mich um seine Verteidigung kümmern. Wir halten weiter auf die Plagenbringer zu, aber drehen in Richtung ihres Hex ab, bevor wir in Reichweite ihrer Geschütze sind. Das wohl. Wird so veranlasst. Abelmir, könnt ihr einschätzen, wie weit ihre Geschütze reichen? Nun, das letzte Mal auf unsere Arche. Eine halbe Meile, schätze ich. Gut, dann rechnet das hoch und gebt Havulgat Bescheid. In Ordnung. Achtet auf die Klederschwingen. Ja, ich denke, wir werden erst die Lederschwingen abwehren müssen und dann nah genug ran, dass Evonora das Effathorn benutzen kann. Evonora? Ja? Du stimmst dich in der Kapelle auf das Effathorn ein. Ich lasse dich holen, wenn es soweit ist. Ja, ich beeile mich. Adepta Marczeska? Ja? Ihr werdet mit Lana und Damila zusammenarbeiten. Ich hätte gerne, dass die Lederschwingen gegen eine Arcane Wand prallen, wenn sie kommen, um unsere Segel zu zerfetzen. Der Fortifex. Es sei denn, euch fällt noch ein effizienterer Weg ein? Sie blickt nach draußen und betrachtet die Plagenbringer und ihr könnt auch erkennen, wie die zahlreichen Lederschwingen wie eine Wolke immer noch in der Mitte herumflattern. Bisher greifen sie nicht an, sie halten sich zurück. Sie warten wohl auf irgendetwas. Aber ich bin bereit. Nun, ich denke, sie warten auf einen Befehl oder darauf, dass wir nah genug herankommen. Lana, Damila, ihr holt mit euren Schützen so viele wie möglich herunter. Aber verschwendet keine Pfeile an Marczeskas unsichtbare Wand, wenn es soweit ist. Darauf werden wir achten. Ja, der Welt, könnt ihr Rufe von der Seeadler vernehmen, die immer noch neben euch fährt und seht jetzt wohl auch, wie Flaggensignale gegeben werden. Was sagen sie? Sanin sieht sehr verbittert aus. Er deutet mit seinem ausgestreckten Finger in Richtung Zentrum des Strudels, beziehungsweise der Sollmann. Und die Flaggen symbolisieren nicht unbedingt den Rückzug, aber dass er wohl der Sollmann jetzt beistehen wird und zumindest erstmal abdreht. Ihr könnt sehen, wie das Ruder eingeschlagen wird und er dann ins Innere des Strudels in vordringt, sodass ihr zumindest auch die Seeadler, die nicht angeschlagen sind, nicht neben euch habt. Ihr könnt auch hinter euch die Jadwige von Hummergraben erkennen, die Bornländer, die gemeinsam mit euch fahren und auch die Kaisareto könnt ihr erkennen, wie sie jetzt abdreht ins Zentrum. Ihr könnt hier den Blutrochenkönig erkennen, der sich wohl mit den Hai-Reitern gemeinsam ins Zentrum geworfen hat, um die verbliebenen Schiffe noch zu retten, die da wohl auch noch weiter Unterstützung bekommen. Ihr könnt die Seeadler von Xorlosch erkennen, das zwergische Dampfschiff, was wohl auch zumindest in Richtung Plagenbringer oder aber ins Zentrum fährt, um den anderen Schiffen beizustehen. Ihr seid zurzeit sehr auf euch allein gestellt. Nur noch die Hummergraben neben euch. Verdammt, wir verlieren an Boden. Ich würde einmal schätzen, dass sie endlich die Kapazität der Elementare, ihre Kompetenz zu beweisen, überstrapaziert haben. Du blickst durch das Fernrohr, was dir Sanien gegeben hat. Es fokussiert trotz des Alters immer noch gut und du kannst sehen, dass die Segel schlaff, ebenso wie all die anderen, herunterhängen. Nur wenn der Windmeister selbst hineinbläst, gibt es wohl etwas wenig Wind, aber keine Djinn. Weder Feuer noch Luft, Wasser. Du kannst nichts an Djinn erkennen, sodass dann die Mannschaft zwar noch hin und her rennt, aber auch dort gibt es wohl viel zu überbrücken. Wir scheinen tatsächlich Hilfe zu brauchen. Aber das ist unsere Gelegenheit. Die Plagenbringer steht frei. Wir hatten... Es sieht so aus, als hätten wir Verluste gehabt. Ich weiß nicht, ob wir noch einmal so nah rankommen. Wir sind hier, um die Plagenbringer zu entern. Dann sollten wir wohl auch. Eine teuer erkaufte Chance, aber eine Chance. Es wäre wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt, kalte Füße zu bekommen. Sehr. Das denke ich auch. Falls noch jemand sein Testament machen möchte, ich hätte noch ein, zwei Augenblicke Zeit. Ein Testament eher nicht, aber ihr hattet um meine Gabe gebeten. Und ich spreche ihm eine kleine, gesiegelte Rolle. Es ist ein Bild. Ein Bild einer... ...sonnigeren Zukunft. Ich hatte mir vorgenommen, es zu öffnen, wenn alles vorbei ist. Wie schön. Die anderen? Meine letzten Worte warten an Land auf die Kapitania, falls es so weit kommt. Und ihr bekommt von mir gar nichts. Alles, was ich habe, wird wohl hier mit mir untergehen. Es geht um den Segen, den ich auf euch legen soll. Ich glaube, der Schwarzmagier hat sich gerade disqualifiziert. Aber, Rongair, habt ihr etwas für mich? Ich weiß, vielleicht sollte ich das nicht tun, aber die alten Zeiten ändern sich. Und Rongair greift an seine Seite und zieht das Schwert aus Bergensilber, was er so viele Jahre mit sich geführt hat, auch in der Wildermark, heraus. Ich habe es vor vielen Jahren mal als Geschenk bekommen. Ab, als ich die Tochter eines Bergen gerettet habe, ein herausragender Schmied. Die Runen drauf sollen wohl etwas in der Richtung bedeuten, aber ich konnte es mir wie Jahre hinweg nicht merken. Dennoch ist mir das Schwert ziemlich lieb geblieben und es ist schwer, es aus den Händen zu geben. Aber ich glaube, genau so etwas wollt ihr, nicht wahr? Ihr habt den Nagel auf den Kopf getroffen, ganz genau. Eine Erinnerung, mit sentimentalem Wert aufgeladen. Das würde wohl nichts bringen, wenn auch das mit mir untergeht. Rulamins Hand wandert in ihre Tasche, wo sich ein kleines, eher krude geschnitztes Holzpferd befindet. Nun, Abelmir, wie sieht es bei euch aus? Nun, ich kann euch nur meinen Ring anbieten. Es ist der Siegering des Haus Morinos. Er findet sich seit Generationen in unserer Familie. Ich denke, ich werde ihn wohl nicht mehr brauchen. Und so kann der Wissen etwas Gutes wirken in der letzten Stunde. Endlichsten Dank. Er wird gut behütet, auch weiterhin unter Name eures Hauses gedacht. Sagt Runga, könnt ihr eigentlich Attack? Besonders gut in verschiedenen Sprachen bin ich nicht. An die, die ich spreche. Und ein Brocken Rogolan. Vielleicht sind die einfachsten Gesten die wichtigsten. Wenn wir unseren Finger an die Lippen legen, verstummt und versucht, kein Geräusch mehr zu machen. Wenn wir eine Faust ballen, halten wir an. Und das ist das Signal für Weitergehen. Mon Dieu, Kapitana, ich blick durch euer Fernrohr. Ja, ich mach das. Während Haavul gar das schon übernommen hat, kannst du sehen, wie Silam ein eigenes Fernrohr dabei hat. Blick davor. Die Goldmorgende Rantel und die Knochenorte, sie wurden beschädigt. Sie liegen brachabach. Seht weiter im Süden, dort hinter unseren Trirämen und den Biremen. Dort nähern sich weitere Schüfe. Ich schau mal, was so eine Flagge sie zeigen. Es ist sehr weit entfernt. Du kannst aber rote Symboliken auf den weißen Segeln erkennen. Und es sieht so aus wie ein Schloss und gekreuzte Säbel. Hafax. Zulamin schiebt das Fernrohr wieder zusammen. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, es ist gut. Mon Dieu. Hätte Darion Parika an sich die Hafaxe-Flotte einverleibt, wäre sie hier gewesen. Dies ist offensichtlich ein Versuch, die Überlebenden der laufenden Seeschlacht aufzumobben und allgemein als Sieger dazustehen. Sie schlagen uns in die Flanke. Sie greifen von hinteren und von der Seite an. Es spielt keine Rolle. Sie sind kein Irlandes für uns. Sie sind ein Problem für den Rast der Flotte. Ganz genau, Kapitän. Ich schlage vor, dass wir den Kurs halten und so schnell wie möglich an Bord der Plagebringer gehen. Je eher, die sie beendet ist, desto eher können wir uns der Sache entziehen. Während ihr weiter Kurs genommen habt, die Plagebringer auf alle Fälle weiter ansteuert, kommt ihr dann auch, ja, die erste Plage müsste auf alle Fälle schon bei euch hinweggezogen sein, aber die Lederschwingen verharren immer noch, fliegen kreisend als gewaltige kreischende Wolke über dem Schiff direkt oben und bewachen wohl irgendetwas oder warten immer noch auf ein Zeichen. Ihr könnt erkennen, wie die kleineren Geleitschiffe, das Sprössling und die kleine Arche, dann sich auf ihre sehr kleinen Beinen aufmachen, Kurs nehmen, abdrehen und auf euch zuhalten. Und während ihr euch dann direkt mit zwei kleineren Archen um die 10, 15, 20 Meter, ja, konfrontiert seht, da könnt ihr erkennen, wie sich Tentakel ausbilden. Zunächst denkt ihr an einen gewaltigen Oktopoden, an Jonaho oder ein ähnliches dämonisches Wesen, aber dann könnt ihr erkennen, wie die Tentakel aus der Oberfläche wohl die beiden Schiffe umklammern, zusammenziehen, herumwirbeln und einen weiteren Strudel bilden. Ihr könnt erkennen, wie der Selemgrund selbst eingreift, der Urgrund und ein gewaltiges, elementares Wesen, ein Meister des Wassers, sich diesen beiden Schiffen annimmt. Das Wasser wendet sich gegen die Sprösslinge. Wir sollten allerdings trotzdem nicht zu nahe ran. Ich bin nicht sicher, wie gut es uns zwischen Freund und Feind unterscheiden kann. Ronga, ich hatte gehofft, ihr könntet mein Kontakt zu Brogasch sein und, äh, nun ja, er hört leider nichts mehr aufgrund seiner Tätigkeit. Ein Arbeitsunfall, äh, nicht so wichtig. Ähm, ich lasse dann den Befehl anders weitergeben. Ähm, und, äh, Brogasch soll quasi nach eigenem Ermessen auf, äh, die Lederschwingen schießen mit unserer Spezialmunition, falls die herkommen. Mhm. Faramut? Ja. Sollte der erste Teil unseres Plans gelingen, werden wir den Segen Nujanas brauchen, um ungesehen auf die Darbukta über zu wechseln. Würdet ihr euch dieser Sache annehmen? Ich kann sie immer noch nicht sehen. Wo bleibt das Schiff? Es sollte längst hier sein. Sie wissen, dass wir das Horn benutzen wollen. Und das würde sie handlungsunfähig machen. Sie können erst in letzter Sekunde zu uns stoßen. Hm. Und wenn sie ausbleiben, nun, dann werden wir unseren Plan anpassen müssen. Wir sollten so langsam, nun, uns mit dem Ephaton vertraut machen. Ich habe, äh, Elfanora in die Kapelle geschickt. Vielleicht könnt ihr sie dabei unterstützen. Hm, wenn sie es nicht schafft, dann werde ich hineinblasen. Es ist schwierig. Zumindest wurde mir das in Valusa gesagt. Damit geht er nach unten mit schweren Stritten. Ja, währenddessen könnt ihr erkennen, die Plagenbringerin, ähm, ist wohl noch dämonisch. Inaktiv. Der Amrischot wurde entlassen. Die, äh, Kiefer des, äh, Dings sind weit offen klaffen. Ihr könnt sehen, wie weißeres Unwasser, Öle, Schlacke und Schmiere herausströmen. Und diese Oberfläche des Meeres weiter verheeren. Ähm, ihr könnt weitere Morphos erkennen. Und Scherenwürmer, die, äh, zumindest noch an der borgigen Haut des, äh, Unholzes sich heranklammern. Also auch eine profane Erstürmung würde hier wenig Sinn ergeben. Ähm, man müsste schon tatsächlich fliegen oder so etwas. Und, äh, ja, während ihr dann, ähm, auf die Plagenbringer weiter zuhaltet, könnt ihr sehen, wie oben und teilweise einige Astlöcher geöffnet werden, wie sich Holz verschiebt. Und ihr seht, äh, zahlreiche Rotzen, die dann auch auf euch angelegt werden. Ähm, und dann knallt es. Ich gebe mal Ceska, ähm, ein Signal. Denn die Arcane Wand ist ja auch zum Schutz gegen Geschütze gedacht. Ja, sie zieht den Schild nach oben, hat er sich darauf vorbereitet, auch wenn das eigentlich für die Lederschwingen war. Ähm, die Pfeil- und Bogenschützen, beziehungsweise Armbrüste könnt ihr aktuell sowieso gegen sowas, äh, Dimensioniertes nicht benutzen. Und, äh, so wird die magische Wand, äh, an eurem Segel, beziehungsweise den Hölzern montiert. Und nachdem ihr, äh, seht, wie die Kugeln auf euch zufliegen, äh, zerprallen sie an dem, ähm, Schirm. Es sind unglaublich viele, die dann, äh, zerbrechen, zerplatzen, vor euch, äh, in die Gischt fallen und dann wirkungslos zerbrechen, runterfallen, verschwinden. Ausgezeichnet, Adepter. Und, äh, ich schicke jemanden, um Elfanora zu holen. Äh, ich würde das machen. Ähm, ich muss ja sowieso in die Kapelle gehen, um dort meine Vorbereitung für das Gebet zu treffen. Dann würde ich gleich Elfanora hochschicken. Genau. Dann, äh, wir versuchen es einfach und sehen, wie nah wir ran müssen. Ich würde derweil mal unter Deck gehen und, äh, mir aus dem Werkzeug, äh, von dem Werkzeugladen, ich weiß ja, den, der Werkzeug von, äh, Angoschminia, mal so einen Topf, äh, Oasa organisieren. Mhm. Ja, und dann komme ich hier auch an Deck. Ja, ihr versucht, äh, gemeinsam mit der Hilfe von Havulgaard, äh, tote Winkel anzusteuern, habt ihr die ersten Rotzenkugeln hinter euch gebracht. Ähm, könnt ihr noch sehen, wie der magische Schirm, äh, etwas flackert, nachdem dann weitere Kanonenschüsse gegengedonnert sind, bis er dann erlischt. Ihr könnt sehen, wie die Adepter murmelt und, äh, dann seht ihr eine weitere Kugel, die wohl abgeschossen wird. Äh, äh, sie zerplatzt auf der Oberfläche, äh, allerdings ist es wohl keine Steinkugel, sondern ein Sordulsapfel. Unglaublich groß, wie er dann, äh, schlierig an dem Schirm entlang läuft. Ähm, es, äh, flackert und pritzelt wieder einige Male, magisches Feuer, äh, was von dem Schirm ausgeht. Und dann könnt ihr sehen, wie ein Loch sich in den Schirm hineinbrennt und, äh, dann wohl auch auf das Deck trifft. Ihr könnt es einmal kreischen hören und, äh, Tamayat Ibn Itobal, ähm, ja, verschwindet, nachdem er von der Säure getroffen wird. Ähm, er versucht noch wild etwas herumzutänzeln, versucht sich irgendwie die Säure vom Gesicht zu ziehen oder zu schmieren. Auch sein Arm fängt dann irgendwann an zu kochen, sein Fleisch, was dann teilweise abfällt, bis er dann, äh, ja, etwas stiller wird und dann zuckend am Boden liegen bleibt. Gudamin ist erschüttert, aber, ähm, wendet ihm tatsächlich den Rücken zu und zwar um die Blickachse zwischen Efhanora und ihm zu durchbrechen. Ja, ja, Efhanora, ähm, kann dann auch von Midas nach oben geschickt werden, an, äh, der Seite, äh, könnt ihr Faramut Ibn Benayman erkennen, den Meister des Flusses, der wohl auch befreundet war mit dem Tamayat. Und, äh, ja, dann treten sie beide nach oben auf das Achterkastell, um, äh, ja, sich, äh, der Arche entgegenzustellen. Und, äh, Faramut, äh, klopft Efhanora noch, äh, beruhigend auf die Schultern. Tu es, Mädchen. Du kannst das. Sie zögert und, äh, versucht hineinzublasen, holt gewaltig Luft mit ihrem Brustkorb und bläst. Ihr könnt sehen, wie die Plagenbringerin anfängt zu zucken. Sie läuft nicht wie die anderen Archen auf dem Wasser. Die werden sowieso schon von den Tentakeln entlanggewirbelt, gezogen, brechen jetzt vollkommen zusammen. Ihr könnt sehen, wie Morphus und Scherenwürmer, äh, von der Plagenbringer hinunterstürzen in das schwarze, farblose Wasser. Und auch die Plagenbringerin merkwürdig stumpf wird. Jetzt oder nie. Gut gemacht, Mädchen. Ihr könnt ein weiteres Mal rauschen hören. Ihr seht, wie der elementare Meister, ähm, Kau Kahn, hat sich wohl auch in Position gebracht. Hat euch ein weiteres Mal mit einem letzten Luftzug, mit einem Windzug unterstützt. Ähm, bläst noch einmal kräftig. Es gibt einen Ruck. Und die Aviande kann, äh, in die grobe Reichweite der Plagenbringerin kommen. Ähm, äh, ihr könnt jetzt mittlerweile auch die zahlreichen Piraten an den Astlöchern erkennen, äh, die euch, äh, Schimpfwörter entgegenrufen. Weitere Granaten, die hier runtergeschmissen werden. Sordhuls Äpfel, die ihr erkennen könnt, äh, die dann wieder wohl an den, äh, Schilden von euch selbst zerbrechen. Aber ihr seht auch, wie die Magistra, oder die Adepter jetzt tatsächlich kämpft und bleich wird. Und, ähm, ja, während dann ein weiteres Mal die Ebene fritzelt, magische Blitze aufstieben und sie dann verschwindet, könnt ihr sehen, wie ihre Augen anfangen zu bluten und sie die Tore öffnet, um die letzte Kraft zu kanalisieren. Das tut weh. Ihr müsst ohne mich nach oben. Sie... Auch wie hier weitere von den, äh, Dämonen, von dem Getier nach unten bröckelt, runterfällt, gelähmt von dem Ton der, ja, des Effort-Horns. Und, ja, dann bricht sie zusammen. Dann entern wir mal die Plan, äh, Plagenbringer, oder was, Kapitana? Die Dabukta ist nicht zu sehen. Ähm, ich schau mal mit dem, ich halte mal mit dem Fernrohr nach Möglichkeiten Ausschau, wo man am ehesten sich vorstellen könnte, dass man hochkommt. Und, also wir haben ja so Harpun-artige Dinger und wir wollen möglichst nah an den Steuerbaum ran, auch nicht, auch um nicht zum Auge zu kommen. Es könnte sich ja als opportunerweise, um sich mithilfe von Eisbeschwellungen hereinzuschneiden. Äh, wenn Voltax doch hier wäre. Aber wir müssen nach oben. Wir haben noch die, die Artefakte, die kurze, die Artefakten, die gebastelt haben. Wie viele habt ihr? Fünf Stück. Das sollte reichen? Wenn wir diese dort befestigen an dieser Wand, mit diesem Kleber, sagt man diesen Kleber hoch, dann sollten wir uns hier ein Loch hineinschneiden können. Ihr könnt erkennen, wie jetzt die zahlreichen Piraten wohl ihre Granaten beiseite gelegt haben. Jetzt allerdings Armbrüste herausholen und ein wahrer Pfeilhagel, ein Armbrusthagel, Bolzen, die in eure Richtung geschossen werden. Ihr könnt jetzt Flocken hören gegen das Holz. Ihr könnt hören, wie zahlreiche von euren Matrosen vom Deck herunter klatschen, beziehungsweise vom Segel runter aufs Deck klatschen. Und ja, das Feuer selbstverständlich auch von euren eigenen, ja, Soldatinnen erwidert wird. Und wie die Boronsaugen jetzt beginnen, ja, durch die Astlöcher hindurch Piraten hinaus zu schießen, die dann eben so runter stürzen. Nun, einmal mehr, dann macht uns mal den Weg frei. Schneller wird's nicht. Ja, wie sieht die Situation genau aus? Klettern wir jetzt an dem Eichenfuß hoch, oder? Ich kann's gerade nicht richtig vorstellen. Genau, die Wurzeln, beziehungsweise Füße dieser Spinnenbeine, also hausgroß sind die, beziehungsweise hausbreit. Und daneben seid ihr jetzt angepflockt. Wirkliche, ja, Enter-Manöver habt ihr jetzt noch nicht geführt. Könnt euch dann aber auch nach und nach mit Enter-Haken daran festmachen, damit dann auch eure Segel nicht beschädigt werden. Und ja, dann könntet ihr erst einmal auf den Wurzeln, auf den Spinnenbeinen in Richtung des Zentrums klettern, um dann am Korpus zu sein. Das finde ich mal, sind unsere Schützen dann zurück? Ist das ein Feuer? Oder werden wir hier gerade noch selbst schützen? Ja, die schießen zurück. Ja. Moment, ich würde gerne noch den Glückssägen dafür. Denn ich glaube, jetzt ist der opportune Zeitpunkt, das zu tun. Ja, dann sammelt Zulamin alle und jeder greift sich sein formgebereitetes Gepäck für diese Mission. Ausgezeichnet. Ihr könnt auch neben euch Luthi Sander, die Faldo erkennen. Faramut ist wie gesagt mit dabei. Effa Norna, Nienverick, die Verrückte aus Salem ist mit dabei. Kalfate, der Nostrianer, ist mit dabei. Ihr könnt Nethia von Perikum erkennen und selbstverständlich den tapferen Halt an Rogel mit seinem riesigen Rucksack. Ich würde derweil auch, wenn jetzt Nethia beschäftigt ist noch, einmal den Puls von der Schwarzmarie noch zu Anfang prüfen, ob sie hier noch lebt. Sie lebt noch, ist aber mittlerweile jetzt auch ohnmächtig. Sie blutet aus zahlreichen offenen Wunden. Also ihre Hände sind aufgerissen. Du kannst sehen, wie wohl auch ihr Beinkleid irgendwie blutet. Also ihre Adern sind einfach aufgerissen von den blutigen Pforten, die sie benutzt hat, um euch zu verteidigen, um euch etwas mehr Zeit zu geben. Dann lassen wir sie auf die Krankenstation schaffen. Schafft sie und gebt in mein Quartier. Trotz meiner Kiste, ein Blaus und ein Rotus. Gebt ihr beide. So verstanden. Ich laufe. Was sollt ihr zuerst helfen? Einmal. Wird überleben, hoffentlich. Wir brauchen sie noch. Ja, vor allem die Aviander wird sie brauchen. Ja, es pflockt einige weitere Male und dann könnt ihr hören, wie Luthisana die Faldor neben euch getroffen zu Boden geht. Erst einmal in die Schulter getroffen, dann ein weiterer ins Herz und ihr erstickter Schrei bricht dann auch ab, wenn sie dann neben euch runterstürzt. Nachdem sie sich eben schon an der Wurzel festhalten wollte und nach oben ziehen wollte, bekommt sie noch einen dritten und einen vierten Bolzen in den Körper und ist dann tot. Ja, wir sammeln uns in der Kapelle, damit wir nicht auch weggeschossen werden. Genau. Und dort steht Midas, wartet auf euch. Die entsprechenden Wertgegenstände sind in der Mitte aufgetürmt und er hält seine Hand darüber, sodass jeder die Hand auf seine Hand legen kann. Ihr seht, wie Hal dann nochmal ganz schnell mit seiner Hand über seine Hemm fährt, damit es nie krass ist, wenn er sie auf die von Midas legt. Wenn ich die Herren darin erinnern dürfte, dass wir uns derzeit unter der Beschuss befinden? Dann geht doch schon mal. Bzzzt. Nein, ihr geht nicht. Ihr bleibt hier. Sonst trifft euch noch ein verirrter Bolzen. Das freuen wir allen nicht, oder? Wir sind hier. Alle vollständig. Nun gut, dann beginnen wir. Fax, wir beantworten dir dies als Bezahlung. Fax, hilf uns, der wir in aller Bescheidenheit deinen Willen ausführen. Und damit würde ich den Glückssiegen wirken. Das ist ein Stoßgebet. Das ist normalerweise eine Liturgie, also meine Hausliturgie. Deshalb auf 0, aber sie wird halt hochgestuft, auf 1, damit ich sie auf 10 Ziele wirken kann. Damit eine Erschwernis von plus minus 0 durch die Liturgie. Jetzt musst du mir noch die Randbedingungen geben. Ja, namenlose Tage sind plus 7. Ansonsten Notlage würde ich euch geben. Ihr seid in einer Notlage. Die anderen Schiffe sind hinter euch zurückgeblieben. Ihr seid die einzigen, die es geschafft haben. Geweihter Boden einer Verwandten Gottheit. Ja, gebe ich euch. Göttlicher Auftrag. Den würde ich euch jetzt tatsächlich auch geben, ja. Alles klar. Dann sind wir bei einer Erschwernis von 1, wenn ich richtig gerechnet habe. Und du kriegst schon so als mit Beta, wenn es wäre. Genau. Dann plus minus 0 und dann schauen wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. 19, das ist gelungen. Dann verfügt ihr alle über einmal Glück. 10 Personen, das sind die Helden und... Ich muss gerade mal schauen, habt ihr noch mehr? Ja, das sind die Helden, ja. Serpentilio nicht, der hat ja nichts gegeben. Deswegen kriegst du auch sehr schwer, dass wir den Neidrechern nicht. Genau. Dann, ja, Netia hat gesagt, sie kommt mit. Die wollte sich um die Reifen kümmern. Genau, wir haben hier eine kleine Gruppe. Serpentilio, Abelmir, Zulamin, Kalfater. Nee, Evernorani Inveric. Kalfater? Wieso der? Ja. Weil das ein austrianischer Held ist. Der wird dann die Geschichten nach Austria tragen. Der wird mitkommen. Marcesca Palligan ist zusammengebrochen, wird vielleicht mit einem Heiltrank wieder dann zurückgeholt. Aktuell verbleibt sie erstmal an Bord. Und, ähm, Faramut eben Benayman, der Meister des Flusses, Netia natürlich, Haldan Rogel, Ronga, der Elfmendarion und Midas Oslovan. Haben wir noch Katzen an Bord? Nein. Die habt ihr vor langer Zeit aufgelistet. Jemand hat es für eine gute Idee gehalten, die fahrbaren Chip-Punkte einfach so wegzugeben. Leute, das waren unsere Schicksalspunkte. Genau das habe ich auch letzte Woche gesagt. Und während ihr, ähm, dort unten steht und den Glückssägen von Midas und von Fex erhaltet, da könnt ihr es über euch hören, wie Midas, äh, wie Silam schreit. Oh, mon dieu, das ist nicht gut. Sie bewegt sich wieder. Und während ihr immer noch im Inneren der Schiffskapelle steht, da geht ein Ruck durch das Schiff. Ihr werdet umhergewirbelt, nach oben an die Decke geschleudert und ihr bekommt erstmal alle drei W6 minus drei Trefferpunkte Schaden. Das sind nur sechs Stück. Äh, ich gehe mal davon aus, wir haben, ähm... Kann man irgendwie Körperbeherrschung oder so würfeln? Ihr seid absolut unvorbereitet. Ja, aber Körperbeherrschung ist reaktiv. Ja. Auf genau eben unvorbereitete Sachen. Richtig. Ja, alles klar, dann könnt ihr mir eine Körperbeherrschungsprobe geben, um, äh... Ich muss gerade überlegen, was ich... Kann sie auch entsprechend da schweren, oder... Ja, ich gebe euch eine plus zehn auf die Körperbeherrschungsprobe. Nämlich bin standfest, nur an dieser Stelle. Dann sind es ein minus zwei oder minus drei Punkte noch, ne? Minus eins nur. Minus eins nur? Ja. Zu, wie schafft es unter plus zehn? Ähm, wie zählt die Standfestigkeit bei mir mit rein, dass immerhin so eine Fertigkeit ich habe? Minus eins auch nicht, oder? Ja, die gibt eine minus eins auf Körperbeherrschung, auf Balance halten. Alles klar. Eine 50 AP Sonderfertigkeit. Genau, und es geht ja darum, nicht umzufallen, nicht wahr? Also Talentspezialisierung fallen. Also ihr, 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 was heißt fallen? Also ihr werdet jetzt angehoben, der Boden wird ruckartig, ihr schleudert jetzt wie durch einen Katapult nach oben, allerdings ist da direkt die Decke, sodass ihr dann gegen die Decke prallt und dann von der Decke aus wieder nach unten prallt. Während sich der ganze, die, die Wände werden zum Boden, der Boden zur Wand, alles dreht sich und dann könnt ihr neben dem Knacken des Holzes, dem Knacken der Segel, den Rufen der Verletzten, könnt ihr dann auch hören, wie Wasser eindringt. Alles gut. Sieht eigentlich auch schon bei so was? Keine Ahnung. Würde ich euch nicht geben, nein. Und was hat die Körperbeherrschung bewirkt? Ähm, dann gebe ich euch nochmal minus drei Punkte. Noch mal zusätzlich minus drei. Dann muss ich ja doch würfeln. Na, ich lasse es, das wird eh nix. Wenn du dich beruhigst, kannst du auch ne Drittels 20 geschafft. Ja genau, dafür habe ich Angst, weil ich glaube, ich könnte sowieso noch irgendwie zurechtkrippen und dann ist die Chance zu patzen gleich hoch und das bringt mich dann um. Das ist nicht wert, um irgendwie drei Punkte zu sparen. von sechs. Ja, aber würfeln kannst du trotzdem. Ja, ich will nicht patzen. Du kannst dir auf einen Nagel fallen. Ganz gut, das hatten wir doch in der Scheißbücherei erst. Vergiss es, nein. Nix gibt's. Ich nehme die neuen Schaden einfach wie ein Mann. Du würfelst mir niemanden. Gut. Alles klar. Ja, ihr könnt, wie gesagt, dann wieder auf den Boden aufprallen. Der Boden hat sich verschoben. Irgendwas bricht Holz ab und dann seht ihr, wie Wasser relativ schnell hier direkt in die Kapelle von euch eindringt und entgegensprudelt. Brauch hier. Ja, wir sollten los. Ja, dann laufen wir. Ich pack mir meinen Rucksack oder meine Umhängetasche, wo alles Nötige drin ist und wahrscheinlich das einzige Hab und Gut, was ich behalten werde, falls ich hier nicht ertrinke. Ist in der Kapelle ein Pryos-Symbol? Bestimmt, ja. Ja, aus Jalans Zeiten. Erlann hat er uns hier gelassen. Kann ich das mitnehmen? An die Wand genagelt. Du kannst es auch beweisen, klar. Also es gab auf jeden Fall so Bildrollen für die Götter, die halt den Leuten an Bord wichtig waren. Dann möchte er dann diese Rolle unbedingt noch mitnehmen, weil der kann jetzt ja nicht zulassen, dass der gute Pryos hier jetzt untergeht. Nass wird. Jetzt kommt man nicht. Euch wird aufgefallen sein, dass Midas im Übrigen verkleidet ist. Er ist verkleidet als Schiffs, also Teil einer Crew, die wohl sehr piratenmäßig aussieht, mit Seepocken im Gesicht angeklebt und derlei mehr. Ich gebe dir noch eine sich verkleiden-Probe darauf. Ja, dann hat er euch im Übrigen damals den Splitter des Geborn-Schädels hier gelassen. In den ist noch eine Liturgie gebunden. Dann liegt er wahrscheinlich auf dem Alter. Wir müssen wissen. Dann nehme ich den mal mit, denn ich habe ja Pryos-Karma und ich werde das schon irgendwie spüren. Du, als wir vorbereitet waren, konnten wir unsere Alchemie-Sachen doch sicherlich noch aufteilen, denn wir haben noch ein paar. Der Ventilio hatte schon längst in so einem Bondolier umgeschlungen, während ihr am Händchen halten wart. Das Wasser, das eindringt, wirkt das wie ein Totalschaden oder ist das was, wo jetzt Matrosen hinrennen und das flicken können? Nein, auch allein aufgrund der Position, wie sich jetzt gerade die Schiffskapelle gesenkt hat oder bewegt hat, kannst du sehen, dass da müsste eigentlich die Kajüte von dem Kaplan sein oder von Havulgard, die Kajüte von Evanora an der Stelle, alles ist voll mit Wasser, also das Schiff ist in zwei Teile gebrochen und es fehlt ein großes Stück von der Avianda. Also ihr müsst jetzt auch auf alle Fälle, ihr könntet jetzt tatsächlich bis zu diesem Punkt, könntet ihr die Treppe nach unten, aber der Rest wird dann volllaufen. Also ihr müsstet euch dann irgendwie, weil ihr hier weiter nicht, ihr könntet natürlich versuchen, jetzt in dieses farblose Wasser zu laufen, aber das war ja nie eine gute Idee in der blutigen See und nicht in den namenlosen Tagen. Ihr müsst euch jetzt überlegen, wie ihr dann aus diesem hinteren Teil nach oben kommt. Ist denn das Deck über uns gebrochen, was wir auch klettern könnten? Ja, am Rand könntest du dich schräg dann auch nach oben ziehen, sodass du dann hier dich nach oben ziehst, schräg und dann kommst du hier wieder hoch. Okay, dann fange ich an zu klettern. Ja, dann versuchen wir da rauszukommen. Haldarn fängt an, eine Räuberleiter zu machen. Und ich benutze sie sehr gerne. Die Planken sind mittlerweile auch glitschig, rutschig, wenn dann Haldarn sich mit dem schweren Rucksack da hinstellt und dann Räuberleitern gibt, damit die hohen Herrschaften dann auch da hochkommen. Gib mir erstmal eine Selbstbeerschungsprobe. Das ist eine Körperwärtschungsprobe halt dann. Okay. Ich erschwer sie dir nicht. Das ist lieb. Bestehen musst du sie trotzdem. Und du tust es. Du hast keine guten Werte. Doch hast du sogar 10er THB. Das Einzige, was du als Bauer irgendwie kannst. Versuchst dann eben nicht wegzuglitschen. Die anderen können dich dann benutzen. An deinen Händen nach oben klettern. Stößt du Midas nach oben. Ronga, der an dir vorbeiklettert. Abelmir. Du siehst dann auch noch, wie der eine nach dem anderen nach oben steigt. Ich würde noch die Hand runter... Also ich würde noch die Hand runterreicht, um die nächste weiterzuhelfen, hochzuhelfen. Ihr könnt runter ins Batteriedeck gucken, was dann auch teilweise schon versinkt. Die andere Teil dort, wo eigentlich ein Groschminia war, wo Lahalkasch untergeht. Der vordere Teil des Decks ist komplett zertrümmert und einfach weg. Und nur noch der hintere Aufbau ragt noch nach oben. Aber die Avianda ist komplett zerstört. Und ihr könnt ein seltsames, kreischendes Leuchten von oberhalb der Plagenbringer erkennen, als würde sich aus dem hinteren Teil vom Heck ein Auge erstrahlen. Ihr könnt es selber nicht sehen, aber die anderen auf der nahen Seeschlacht sicherlich schon. Und die Wurzeln bewegen sich wieder jetzt sogar sehr aktiv. Das haben sie vorher nicht getan. Zulamin würde nicht Serpentidio da unten zurücklassen. Nach euch, Mudaris. Äh, hier sicher doch. Wenn mir jemand aufhelfen könnte. Kommt schon. Er hilft euch doch. Lippt mal in Hand. Jetzt hinaufklettern, ja? Halt mir so einen Fuß in meine Hände und dann drücke ich euch hoch. Dann drücke ich euch hoch. So viel Abel mir gerade. Muss ich mit so viel Hilfe überhaupt noch klettern würfeln? Ja, bitte. Ah, zum Glück habe ich das gesteigert. Ja, das geht. Nicht gut. Auch Zulamin braucht Hilfe. Rutscht immer mal wieder weg. Gerade weil die dann schief hängt. Aber nur mit der Hilfe von Haldern Rogel ist es möglich. Also, dass dann Haldern selbst noch nach oben kommen muss. Gibt aber sicherlich genug Hände, die dir entgegenstrecken. Ja, Haldern würde gar nicht nach oben gucken, sondern versuchen unten einen Stuhl zu finden, weil er der feste Überzeugung ist, dass sie ihm nicht helfen werden. Die hohen Herren werden dem Herrn Bauern nicht helfen. Also muss man sich selber helfen. Jetzt stell dich nicht so an. Kommt hoch, Rogel. Die Pfarrermutterweil hat im Alchemielabor, das konntet ihr noch hören, die Fenster zertrömmert und ist dann draußen durch die Fenster hindurch geklettert nach oben. Sodass er gar nicht auf der Innenseite des Schiffes, sondern auf der Außenseite nach oben geklettert ist. Versuchen wir oben dann einen Eindruck zu verschaffen. Es ist niemand in der Nähe, der uns helfen könnte. Das Einzige, was in der Nähe ist, ist die Plagenbringer, oder? Genau, also du kannst dir das Bild ansehen. Du siehst, wie der Seele im Grund gerade die Sprössling nach unten zieht und versinkt. Zumindest sind die beiden kleinen Archen weg. Die Seeadler von Xorlos schwimmt gerade sehr alleine und verlassen. Du kannst es nach Knallen hören, wie die Zwerge da wohl Batterie um Batterie am Schießen. Aber das ist wohl dann das erste Schiff, was jetzt gleich von der Plagenbringerin gefressen wird. Du siehst, wie sich die Wurzeln jetzt auch in ihre Richtung strecken, dehnen, verlängern und hauslang, wie sie sind, nach ihr greifen. Du siehst noch weiteres Rufen von den Zwergen. Und dann sind die Wurzeln so sehr verlängert und gestreckt, dass sie sich dann wie Mandibeln die Seeadler von Xorlosch hereindrängen, drücken in ihr Maul, in ihr klaffendes Maul. Efanora, noch einmal und dann alle auf die Plagenbringer. Sie hält das Stück wieder vor sich, bläst hinein und es passiert nichts. Ich habe es genauso gemacht. Mittlerweile kann ich es, aber es geht nicht. Es geht nicht. Ich versuche einzuschätzen, ob es an ihr liegt oder an dem Auge. Ja, das Auge leuchtet zumindest. Es gibt halt so ein kleines Geräusch aus der Muschel, aber das hört sich eben an wie eine normale kleine Muschel und nicht wie das gewaltige Efferthorn. Und sie versucht es wieder und wieder und wieder. Es gibt keine Reaktion von dem Leuchten. Es liegt vielleicht einfach daran, dass das Artefakt wieder aufladen muss. Aha, Kamale-Artefakte sind kein Stück besser als magische. Okay, dann vielleicht ist noch irgendwas in der Lage, ins Seil in Richtung Plagenbringer rüber zu schießen. Wenn doch nur jemand einen Magierstab hätte, der sich in ein Seil verwandeln kann. Der ist 110 Meter lang. Er ist nicht schon mit Enterhaken befestigt. Genau, also ich. Also hatte die auf alle Fälle, aber dadurch, dass dieses gewaltige Bein jetzt einmal nach oben und wieder nach unten gerissen ist, haben sich die Enterhaken noch auf alle Fälle gelöst. Wir haben halt eben auch den Rest der Aviander auf komplett vernichtet. Wie weit ist denn die Bordwand von unserer Position, von unserer Bordwand entfernt? 2, 3 Meter. Ach so, dann würde ich meinen Stab in einen Magierstab verwandeln und probieren, überzuschmeißen, um sich die Augen festzumachen mit. Schlägt sie automatisch um die Gegenstände rum. Die Frau zur Umständen, die ich nicht festzumachen. Also Seepocken oder so etwas, das Ganze versuchen, irgendwelche kleinen halben Astlöcher. Ja, ich sollte etwas streben bei mir, damit es mich trägt. Also nicht in der Seepocke. Ja, so und, also es sind riesige, gewaltige Seepocken. Es sind halt auch Unhölzer, die zahlreichen Löcher haben. Nicht so wie normales, harmonisches Holz. Und ja, ihr könnt wohl noch erkennen, wie Karl Vater, der ist tatsächlich wohl auf einem Nagel gefallen, blickt euch dann so ein bisschen hilfesuchend an, fässt sich an seinen Knie. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es wirklich nicht schaffen. Ihr müsst mich zurücklassen. Dann haltet dieses Ende das Seil fest. So gut ihr könnt. Dein Leben, wenn es sein muss. Ja, greift danach. Macht euch keine Sorgen, Mieders. Ich kletter zuerst. Ich suche uns einen Weg. Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich mir ein Seil umbinden und dann versuchen, da hoch zu klettern, weil die anderen hohen Herren können nicht zuerst klettern. Ich muss einen Weg finden. Ne, du kannst hier am Seil, oder Kuratino? Also mein Magier sei so an Abortwand für eine Arche fest. Ja, natürlich da rüberklettern. Wir müssen doch irgendwie das Bein hoch, richtig? Wie hoch ist denn das Bein, wenn ich fragen würde? Das Bein ist vor allem lang gestreckt, weil die Arche sich nicht mehr selbst bewegen kann. Also das Spinnenbein ist sicherlich 20, 30 Meter breit, lang. Wie hoch? Drei, vier Meter hoch. Liegt eben auf der Wasseroberfläche. Drei, vier Meter hoch. Das sollte wohl schaffbar sein. Richtig. Also ich muss jetzt vier Meter klettern und dann bin ich oben am Deck oder bin ich oben auf dem Bein? Du bist oben auf dem Bein. Das Deck ist deutlich höher. Wo ist die unterste Stelle der Enter-Seile, die wir angebracht hatten? So, wartet mal kurz. Ich gebe euch gerade noch mal einen Plan, damit ihr wisst, wo ihr seid. Auf welcher Karte dann? Wir sind auf der Aviander. Da muss ich hin. Dann, wir sind aktuell hier in der Plagenbringer. Das ist die Seeadler von Beilung. Euer Schiff ist noch etwas kleiner. Ihr seid jetzt hier vorne angelandet, weil vorne der Steuerbaum ist und das sind tatsächlich, ihr seid hier unten und nur an einem der Spinnenbeine. Also sind es mehr so 30 Meter bis nach oben, bis ich oben auf dem Deck stehe. Okay, aber wo sind die Enter-Seile? Ja, 60 Meter. Die Enter-Seile sind nur, also die waren mal, die waren mal nur mit diesem einen Bein verwurzelt und die sind jetzt auch abgerissen. Ach so. Genau. Und das eine, und von oben schießen die Piraten aus den Löchern heraus. Wenn ich dem, wenn ich dem Herrn ein wenig Unterstützung anbieten darf? Ja, ja, gerne, gerne. Hilft mir, helft mir. Ich hätte doch. Genau hier. Ja, der Ventil stellt sich wirklich direkt an die, an die Wand ran. Die Wand ist drei Meter von unserem Schiff entfernt. Ach so, wir können... Fuck, du musst... Es ist nicht direkt da. Dann geht's nicht. Warte, drei Meter. Dann muss ich ins Wasser. Nein! Du kannst nicht schwimmen. Nein, 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 nein. Du kannst halt Seilbenutzer gestiegen, glaube ich. Also sie ist halt halt dann gerade sich an dem Seil, dass Albin mir wohl gespannt hat, schon mal vorklettert und versucht da irgendwie einen Weg zu finden, wie er da hochkommt. Wird vermutlich dabei noch beschossen. Genau, also du wirst auf alle Fälle beschossen. Der Rucksack lastet schwer auf dir. Das Endurium zieht dich nach unten oder diese merkwürdige Kiste aus Kosch-Basalt. Okay, es gefällt mir nicht, aber ich möchte mich an dem Seil entlang dann zur Bordwand durchklettern. Da würde ich bei... Ja? Haldern. Machen wir es sehr ruhig. Damit ich bei Haldern bin. Wie schwer ist das? Wir haben doch sicherlich auch Schwadenbeutel angefertigt. Ich würde einen Fortiwechsel einfach über das Seil spannen. Ja, okay, ich wollte es nicht, weil er so viel kostet. Aber wenn du es machst, dann bitte. Dann hau rein, Würfel. Ich glaube, jetzt ist der Moment, ja. Ihr müsst auf die blutigen Pforten zurückgreifen. Keine Sorge. Du willst einen Fortifex über das Seil schieben? Ja, sodass man klettern kann und nicht beschossen wird. Man kann den Fortifex als eine Art Aufzug benutzen. Ja, aber... Da brauchst du die wirkliche Variante. Da musst du den auch hoch haben und da kannst du keine Person mit hochtragen, weil das viel zu schwer ist. Es geht nur darum, den Fortifex über das Seil zu legen, dass man nicht beschossen werden kann. Darum geht es mir. Aber der Name ist auch schon praktisch. Also ich dachte mir, wenn... Ich dachte, wenn... Du kannst ihn aber auch nicht in der Luft fahren, du musst ihn halt am Seil. Ja, na, na, na. Der Fortifex. Er wird einfach an einem... An der Flagebringer. An einer Flagebringer. An der 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 Flagebringer. Einfach und Punkt im Raum sein. Der ist dann fix, aber es kann ein beliebiges sein. Ich würde nie einfach mal... 19,19. Aber es ist gelungen. Das ist gelungen. weil er macht uns das nach unten einer unebenen fächer entlang war oder war die frage hast du schwadenbeutel gemacht schwadenbeutel ok es ist okay was muss ich dann würfeln wenn ich mich jetzt an dem seil da an der wand erstmal festmachen will ich weil ich möchte ich möchte hinterhaltern her also für mich dieselbe frage fesseln und fesseln brauchst du nicht weil sich das seil selber fest macht du wirst jetzt auch nicht mehr unbedingt beschossen weil aber mir das zeichen gibt dass es eine weitere wand gibt das ist eine kletternprobe plus drei drei ich habe keinen schritt mehr so viel glück und auch kein glück oder nicht hat kein glück kann ich für ausgleichen dann muss ein glückspunkt jetzt ausgehen warum hast du behindert das reicht auf ihn hier sind wir ja dann gut dann passt jetzt gut auf jede müsst euch genau hier wo das seil ist auf dieser achse halten ja gibt mir einen moment konzentriere mich um mich ganz zauber aus dem stab ziehen aber mir du siehst wie eine weitere granate auf deinem schild explodiert und siehst wie es weitere magische blitze gibt irgendwas muss da wohl reingeworben worden sein sonst wäre auch der andere schild nicht zerbrochen du siehst wie so du als säure gerade direkt über dem kopf sind von serpentilio der durch den schild frisst ich sehe noch eine aktion ihr kriegt ein erschwerendes dafür dass ich an diesem seil hänge an dem seil hängst immer noch ja zum stapeln muss fünf und sie muss ich konzentrieren das ist trotzdem gelungen bei einem talent wer so einem ausgleich wert von 15 dann löst sich daraus jetzt direkt an der bordwander ein ein schritt nilogavo perfekt okay so dass ich das nicht so sich wieder an eine antwort kommen weil ich will nicht an diese seile hängen damit frisst sich jetzt auch die sordulsäure durch den schild und bleibt dort wo sie ist ja durch den schild kann sie sich nicht fressen kann der ja fort effekt ist absolut unzerstörbar zumindest bleibt sie dort wo sie ist durch den hilogavo durch die zone viel spaß den müsst ihr aus dem weg wischen ich glaube ich war ein besen wollte nicht jemand wohlstädlich ein besen mitbringen was wir haben einen hexer wenn der noch lebt okay ich hänge jetzt ja an dieser wand ich komme offensichtlich nicht durch dieses holz richtig also ich muss da hoch korrekt also du kommst da nicht durch nein das ist eine borgige haut die auf alle fälle vielleicht ein meter dickes das kannst du nicht dort nicht abschätzen sie ist zahlreiche seegel die darauf haften die die ihre stacheln entgegenrecken du siehst schleim von dämonen die ja damals abgeplatzt sind irgendwelche borgigen hautstücke fast zu fleisch ähnlich würdest du meinen du musst da hochklettern du hast jetzt nach oben raus schwere losigkeit frage das ist eine unebene flache glatte wand mehr oder weniger an die hochklettern müssen aber mit vertiefung und allem die scheint ja eben genug da sind das ist eine vertiefung ja ja ich habe genug zu sein dass man gerade noch runterschießen kann alles klar perfekt gut dann werden wir da jetzt hochklettern müssen ja halt dann klettert vor richtig hatte eigentlich gehofft dass er vor klettern und so runter wirft ich folge dir weil ich fecksgeweiter bin und klettern so irgendwie mein ding ist also das problem ist das klettern ist aktuell einfach ihr müsst es nicht würfeln bei den niedografe zone wo ich habe dabei habt ihr erst mal den schild von abel mir den kann er fallen lassen aber die säure klebt da immer noch über dem schild ihr könnt nicht durch die säure klettern richtig deshalb würde ich jetzt erstmal ein stück nach wie breit ist in die hilografe zone ein schritt ein schritt dann werdet ihr wieder von schwerelosigkeit von der von der schwerkraft erfasst und plötzlich wieder nach unten gezogen oder eine kletternprobe führen wie viel erschwert nur plus drei da wir ohne seil klettern ist das freiklettern und entsprechend habe ich dann die spezialisierung teil dann rumgel klettert vor wie ein junger gott der eigentliche hält hier und auch mir das kann folgen du kannst dann von von unten nach haltern mit dem rucksack helfen wenn die schwerelosigkeit ihr wieder nach unten zieht sie greift dann in die verschiedenen stellen im unholz zieht euch nach oben und seht dann wie herpien über euch die wolkenformation verlassen und nach unten schieben und schön wir können hier etwas hilfe gebrauchen aber mir mach etwas ich muss jetzt mal rüber klettern ich bin schon auf der ich glaube dass unsere ganzen nsc sind so wahrscheinlich auch aktivitäten verspüren und versuchen auf das schiff zu kommen also wenn auch ruhig klettert und welche druck kommen also sie ist das verzweifelt halternd versucht wie das zu verteidigen mit einer nicht entzündeten fackel die jahren gespitzt hat es ist mir eine verzweiflung ist da wie viele hapien sind genau also jetzt aktuell ihr scheint das zu überschätzen 20 30 nur 30 nur 30 kann ich tierkunde würfeln ob die angst vor feuer haben du kannst tierkunde würfeln oder kann ich aber glaube würfeln ob ich das einfach glaube du kannst es ja erstmal annehmen es geht ja auch also wenn du deine fackel anzündet vielleicht hilft es ja sie sind keinen nutztieren vermute ich richtig ein auch wenn sie fledermaus ähnlich aus ich vermute ich vermute die können angst vor feuer haben andere tier haben auch angst vor feuer ich möchte meine fackel entzünden und damit wedeln die man einen waren schuss auf eine der nicht dem speziell präparierten bolzen sondern mit einem bolzen okay ich habe muss mir anders sagen welche modifikationen dafür gelten ich werde eh nicht treffen aber doch erstmal und halten können jetzt oben auf dem auf dem fort effects von abel mir noch stehen die die wirkungsdauer wie weit ist die minuten die wird den kampfrunden berechnen kampfrunden in vielen kampfrunden aber ein kampf und sagen dass es sind viele kampfrunden der firma schnutz hätte verstanden als zehn kampfrunden als von jetzt glückte von drei oder so an die kreise an dem fall können in dem fall können sie nicht draufstehen bis die darum geklettert sind okay das sonst hätten sich mieders und haltern zumindest auf dem fort effects abstellen können dürfen halt nicht in die säure reintreten aber wie lange hätte ich glaube sieben mal spielrunden aber ich muss kurz in der ersten spiel und erst lange also der wird euch jetzt vielleicht helfen im kampf gegen die leder schwingen das jetzt so vorstellen dass ich und mir das im prinzip doch so langsam hoch schweben weil da keine schwerkraft mehr ist oder wie funktioniert das aber du bist selbst du hast das selbst auch keine schwerkraft hast du kannst dich super easy hochziehen ohne kraftanstrengung und vor allem unterhalten zu müssen das ist das tolle wenn du irgendwie wenn du irgendwie gerade suchst oder wenn du über die kein griffe ist kannst du dich halt mit ein bisschen schwung nach oben katapultieren ein bisschen gleiten dass wir ein hast okay das heißt wir können auch sogar relativ okay kämpfen weil ich kann ja praktisch zwei hände benutzen ja ich ja nicht gerne darf sich ja noch nicht packen lassen sonst so wieder hast du schießt mit deinem mit deiner armen lust genau mit meiner bolzen sind nur 30 aber sie haben eine kleine formation ausgebildet sie sind nicht unbedingt groß sondern nur menschen groß und dann kannst du mal schauen welche modifikationen gibt es mir denn also wie weit sind sie entfernt wie groß sind sie bewegen sich vermutlich die entfernung kannst du dir selber aussuchen je näher sie kommen desto schwieriger wird es für die anderen aber sie kommen sehr schnell aber auf dich zu dementsprechend ich muss gerade mal schauen sie haben eine geschwindigkeit von 18 aber auf dich zu also ist die die relative geschwindigkeit ist gar nicht so hoch ja das stimmt okay ich würfel einfach so schnell schluss nach oben ja ich habe aber nicht dafür stimmt potenziell drei punkte dann schießt du dein bolzen nach oben du siehst wie er in dem flügel einer lederschwinge stecken bleibt das scheint sie aber überhaupt nicht zu interessieren und sie stürzt sich weiter und sturzflug nach unten wenn ihr schön schön hat die ich würde auch zwei autoren verkürzen einmal kosten sparen es gibt eine erschwerung über zwei mal drauf verkürzen plus zehn einmal kosten sind 13 halbiert plus sieben was euch auf alle fälle auf fällt nicht ja ist ja unglaublich alt aber sie ist eine erfahrene seefahrerin kann dementsprechend auch klettern und das auch körper beherrscht und wird da trotz ihres alters gar nicht große probleme haben das freut uns wenn ich die braucht ihr noch kann man von der avianda theoretisch einfach in die nilogravozone schwingen und das klettern überspringen wenn du mit einer körper es ist eine körperbeherrschungsprobe ist es eine athletikprobe muss halt sehr du musst halt wissen okay es gibt diesen die nilogravo gibt mir meine magiekunde probe und dann könntest du dich mit einer athletikprobe könntest du dich tatsächlich in diese zonen hinein fallen lassen du hast dann aber immer noch momentum und das momentum wird nicht weniger dann klatscht du wahrscheinlich so weit unten an die an die meeres und oberfläche das ist kritisch wird aber du könntest dann wieder nach oben sehr einfach vergessen wir das ganze maron gerade kann magiekunde er klettert mal wie alle anderen auch ja aber mir du würfelst deinen igne sphero wie viel schaden macht der 5w 6 plus 5w 6 plus sind es die halbe sternchen sind sieben halbe sind 18 4 sind 5w 6 plus 4 die lederschwingen haben mehr von zehn ist egal wenn 25 tp im zentrum 25 tp im zentrum ok dann siehst du wie das zentrum der lederschwingen von einem feuerball eingehüllt wird eine explosion dringend lederschwingen werden nach unten gefetzt du siehst wie ihre flügel brennen trudeln sinken sie nach unten einige stürzen auch auf die wasseroberfläche du hast nicht alle von den 30 ausgelöscht sowieso sind keine einzigen lederschwingen gestorben aber sie versinken dann auf alle fälle in der oberfläche nachdem sie dann brennt hineingetrudelt sind und werden dann nach unten gezogen von vielleicht sogar was wie schwarzen schlierigen tentakeln die sich dann an ort und stelle ausbilden und sie dann würgend nach unten ziehen ich wollte mich gerade noch verschwören ich glaube lederschwingen sind leicht genug um nicht zu sinken halt sind ja vögel ja mensch mensch fledermaus chimäre also das wichtig ist da ich dann schon er aber dadurch dass sie halt hier mehr in der zweiten oder einer weiteren nachfolge generation sind sind die 100 prozent profan das hat sie haben keine paraphysikalität das war dass sie gesamt ihre gesamten flug eigenschaften und selbst aufbringen und das heißt 100 pro glasknochen und das heißt die sind leicht wie sau das können sie nicht fliegen irgendwie ist mir der satz entglitten ich weiß nicht wo dahin geht er was der bringt also mach einfach weiter gut ich gebe euch auf alle fälle einige sturz angriffe und zwar ja ronga du springst gerade rüber und merkst wie spring doch mal oder kletter doch mal hast du klettern probe gewürfelt habe ich habe die ziemlich gut lang dann ja kletterst du gerade rüber willst dich wieder nach oben ziehen dich hinstellen aufrichten in die nie in der grafozone nach oben klettert dann merkst du wie dich irgendetwas packt und an dir zieht gib mir mal eine körperkraft probe denn sie zieht in der nie hohe grafozone das heißt wenn du deinen halt verlierst kannst du dich quasi nicht mehr wehren ja mal schauen wie kräftig das welchen ist ja du merkst wie deine beine weg gerissen werden bzw dein gürtel nach oben deine beine werden einfach mit mitgezogen gerissen du kannst dich aber noch an dem an dem unholz festhalten also dass du dann ja herum trudelt die nie in die grafzone hilft auf keinen fall in dieser merkwürdigen sturzangriff variante der lederschwinge du bekommst auf alle fälle 1w6 plus 3 ist gar nicht so viel sind sechs treffer punkte die du bekommst und hängst immer noch an dieser lederschwein wenn wir mal die trefferzone ja linkes bein da hat sie nach dir und piekt nach dir du merkst wie sie wohl mit ihren reiß klauen nach deiner rüstung streift drei schaden die tatsächlich durchkommen falls das wichtig ja runger zieht an dem bein hält sich mit dem einen arm immer noch an der arche fest an diesem holz um irgendwie einen halt zu haben während er mit dem anderen an sein sein schwert griff greift und sein schwert zieht und es im selben augenblick nach der lederschwinge ziehen möchten werden auch angegriffen allerdings gelingt der der sturzflug nicht so wichtig also zumindest verbeißen sie sich nicht an durch aber zumindest flattern und tun sie um euch und hacken nach euch ich wedel mit meinem staub nach ihnen dass ihr wieder viel leder wie wir immer gerne wohl ich würde mitgezogen am selben media und seventilio versuchen zu verteidigen aber wo sind wir denn jetzt im grunde alle sind wir so nach unten wir warten darauf dass wir sind immer noch unten die schilder und hoffte die jungs uns ein seil runterschmeißen auf der wurzel naja auf diesem spinnenbein steht die immer noch drauf ich glaube wir sind noch gar nicht rübergeklettert nur mieders und ich hänge im niveau grafo dann ist runger gerade rübergeklettert rübergehen war ja trivial nachdem der fortefax da war genau also vor allem auch weil jetzt der rest der aviander glückernd untergeht und auch die rückzugsbasis genommen wird müsst ihr zwangsläufig rüber springen rüber klettern das ist jetzt so oder so zwangsläufig der fall während ihr noch sehen könnt wie er mit einem schlucken sich der nostriana von euch verabschiedet nickt euch einmal zu während er mit seinem nagel im bein oder im knie dann ja das sei loslässt und ihr steht zumindest auf der wurzel der rest der aviander ist weg aber ich dachte wir warten jetzt halt erst mal bis der voraustrupp oben ist das problem bei den lederschwingen ja dann müssen wir ein bisschen kämpfen hilft nix ja dann würde ich sagen kletter ich weiter nach oben freudige erwartung dann gleich mein seil runterwerfen zu können ja das ist auch relativ einfach die logravo zone ist zwar nicht breit aber unendlich hoch zumindest sehr hoch und du springst wie ein kleines äffchen nach oben versucht natürlich immer noch so dran zu kleben dass du nicht abtreibst ich würde den guten bauer rogel gerne decken während er weiter nach oben klettert also hinter ihm klettern ich habe immerhin einen reiter säbel und für den fall dass noch mal irgendeine lederschwinge kommt die versucht ihn anzugreifen parieren weil er die truhe und die truhe ist wichtig die truhe ist wichtig wichtiger als du es kommen weitere 1 2 3 4 5 6 lederschwingen auf euch zu und serpentilio du wirst von zwei kreaturen angegriffen ich möchte mein artefakt auslösen und ich kann ich ihn verteidigen ich habe meistens die höhere in die höhere nie hast du auf alle fälle das problem ist dass die mit sturzangriffen runtergehen und dann auf ihrer in die ja gegen gegenpariert oder gegen gehalten werden müssen dann brauchst du für die formation und das brauchst du brauchst formation aber ich darf vor ihm handeln weil du kannst dich einfach dazwischen stellen also löse ich mein armaturz artefakt aus und halte die gegen gut gegen aus und wir haben startparade für alles was durchkommt du kannst ja auch parieren für ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann wahrscheinlich nicht beide aber ja also normalerweise um für jemand anderes zu parieren bräuchtest du formationen ich lasse jetzt aber zumindest einen der sturzflüge zu wollen wir die initiative auswaffeln um den rahmen zu bekommen kann ich meine so damit hat mehr als die die haben mehr als ich ich habe gar nicht da muss man nicht werfen für die rest der truppe vielleicht machen wir das das problem ist wie gesagt dass sie nach den sturzflügen immer wieder auf entfernung gehen zusätzlich dem niveau grau agieren also sie sind eigentlich immer immer auf ihre initiative wird wird gehandelt wenn du dann fressen sie aber jede runde passiert schlagen weil sie sich aus der zone wieder entfernen ja dass du das kannst ich nicht aber gewisse andere leute aber mir noch klettert ihr nicht das ist ja das schöne wenn irgendwer da oben bestimmt das ja dann zu langen als erstes ja aber ich kann ja das manöver nicht machen wenn es keine initiative gibt ich möchte jeden halten dass sie tot ist weil die zahlen da reingehen dann gebe ich dir jetzt tatsächlich mal die initiative eins wenn das tiere sind haben die tier eh nie also wird das ein zwölf sein zehn neun plus ein wie sechs sind zehn ich war noch zu großzügig zu den team also du gewinnst das gegenhalten das können wir festhalten da hätten wir einfach gleich sagen können plus zehn auf das gegenhalten hätten sich wohl vielleicht gespart du hast das gegenhalten gewonnen in allen fällen 30 ok das ist das heißt ich habe bin ihnen deutlich überlegen weil durch den zelbe kommt noch ein bisschen was drauf jetzt würfelst du deine doppelt 20 und dann ist alles gut ok wie man das so kennt weil ich parier dann mal die anderen genau weil zu damit nur eine kann das ist zumindest gelungen heute dachte nix guckst du einfach mal bevor wir das durchrechnen das ist ein sehr guter beruf müssen wir nicht rechnen dann kannst du deinen schaden würfeln gegen die lederschwinge die serpentilio zweimal oder einmal angreift sind aber zwei stück nur acht schlägst du zu kratzt übers bein zerschleißt irgendwie ein lederflügel und sie fliegt wieder weiter und nimmt wieder maß das ist die halbe geschwindigkeit oder die halbe geschwindigkeit die sich selber gibt ok ja auch geschwindigkeit von 18 ich wollte ja sagen irgendwas in der richtung sein dürften die erst 18 halbiert sind neun dann ist es tatsächlich ja ein blutiger stremiger schnitt auch am bauch den du beigebracht hast es ist trotzdem nicht tot tatsächlich auch zurück drei wunden ich meine es gibt immer eine neue es gibt ganz bestimmt keine drei wunden natürlich aber dann sie glas knochen nicht buchstäblich ich habe nach zehn gerechnet sagen wir zwei runden nein dass die am tier wurden die pro konsti eine besser haben die für eine konstitution hat kini pro konsti ich muss gerade mal schauen ist die konsti angegeben ist doch egal sag doch einfach sie taumelt verletzt weg und dann greifst du mich mit einer anderen an ja ich habe ja genug sind nur aktuell 30 weil ich sehr gnädig bin ja du schlägst serpentilio wird verteidigt da kannst man parieren und ja während ihr eine große traube von lederschwingen habt könnt ihr nach und nach nach oben klettern denn den nilografen hilft auf alle fälle halder und klettert dann weiter nach oben lässt ein seil runter also du kannst dich runter loslassen sondern muss das wirklich schmeißen und wie das kann dann das irgendwo festmachen weiter unten wird das fest geknotet faramut klettert nach oben mädchen nach oben die nilogravo zone vereinfacht das alles wenn da hier und kann mit seinen zahlreichen pfeilen nach den lederschwingen schießen und auch weitere ins wasser stürzen lassen zulamin hackt und säbelt weiter und dann könnt ihr wieder die piraten über euch aus den astlöchern auftauchen sehen und sie schießen wieder erneut dann merkt ihr wie irgendeine pockige narbe ein großes ungewaltiges getüm neben euch sich bewegt es ist vielleicht nur 20 meter entfernt aber auf so einer gewaltigen arche ist das nichts und dann seht ihr wie sich weitere spinnbeine ausbilden und tulmyria plötzlich vor euch auftaucht ihr seht wie sich die darbukta neben euch gerazil ins wasser gleiten lässt mit ihren beinen auf dem wasser zum stehen kommt und hilfreich euch eins der spinnbeine entgegen gestreckt wird die darbukta saß eben als pockennarbe auf der oberfläche und ihr habt sie nicht gesehen kommt an bord euch schicken die götter und eure tarnung zahlt sich einmal mehr aus dann rüber auf die darbukta wir sind zumindest froh dass wir keine dämonen bei uns haben denn die wären vergangen wie die zahlreichen morphos dort unten beweisen wir waren aber lange zeit gelähmt länger als die plagenbringerin wir sind nicht mit der essenz von bahamut durchseucht ja so könnt ihr das seil seil sein lassen wir haben hier beschossen werdet von den weiteren piraten die dort auftauchen über euch aus den vielen vielen stockwerken und ja dann nach und nach auf die darbukta anfangen wenn ihr mögt es sei denn halder möchte selbst klettern ich gehe dahin wo ich sage ich soll hingehen ich habe hier keinen eigenen will eine agenda er hat nur die schiste sie noch einmal scharf die luft ein und würde mich dann auch auf die dämonenarche begeben gut ja ihr könnt sehen wie die darbukta euch allesamt aufnimmt das bein wird zurückgezogen und wie ein käfer oder wie eine spinne krabbelt die darbukta ohne weitere schäden zu nehmen an der oberfläche der plagenbringerin nach oben klettert und klettert lässt die zahlreichen astlöcher neben euch chimären die weiter nach euch hacken stieben es gibt aber auch noch andere piraten die neben euch dann das feuer öffnen auf seiten von der darbukta bis ihr dann krabbelnd auf der oberfläche ankommt und abgesetzt werdet also gut damit haben wir unseren pakt beschlossen besiegelt und ich wünsche euch viel erfolg bleibt ihr nicht was sollen wir hier ausrichten und wir sind mit der dämonenarche im kampfgetümmel dort vorne sie deutet einmal mit ihrer hand auf das offene schlachtwelt wesentlich agiler wie können wir es erreichen wenn wir wieder weg müssen wir finden sicherlich ein weg aber mir ich würde mich wenig auf mein glück verlassen als auf voraussicht ihr wartet auf ein lichtsignal sie nickt euch noch einmal zu viel erfolg zu haben und dreht dann wieder nach unten ab aber ich ebenso und können wir dann zu diesem steuer baum ich glaube es ist wichtig unser plan ist sowieso schon was ist von unserem plan übrig wie viele leute sind wir den plus minus eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und zu viele jemand muss drei leute killen damit wenn ich dem schruf den dienst wache gebe der keine drei leute frisst ja während du das sagst sie sowie drei lederschwingen eines besonders gewaltig auf euch herniederregnen ich möchte mich dir gerne gegen stellen über groß gewachsen besonders gewaltig oder lederschwingen königin besonders gewaltig sie sieht besonders aus ja und es könnte die königin sein du war schon im schirm dass du nicht mehr raffin bist sondern grogel oder aber augen ist autoritätsgäubig 10 und kann nicht zulassen dass die hohen herren von diesen bösen dämonen für ihren angegriffen werden die neuen trifft und die zwölf trifft sind zwei treffer einer aber mir einer seppentilio warum wir ja da ist ein bisschen nachtalp nein ich parier die alte nachtwind die trifft mich mich trifft ja auch nicht hoffentlich ja seppentilio du merkst wie du nach oben gehoben wirst wie sich die gewaltigen füße zu klacken und das was du eben als königin bezeichnet hat dich wie ein fliegende wicht anhebt du versuchst noch die nun zu volozone einfach wegzunehmen aber du merkst du bist du willst du willst die ja ist die zone michilogravo danke du willst die michilogravo zone gerade aufheben da merkst du dass du sowieso gar nicht mehr drin bist sondern dass die irgendwo neben die an der wand hinkt und du wirst in die luft gehoben gut da ist klar mit dem besonderen bolzen den seppentilio für mich präpariert hat auf die bläderschwinge die ihn gerade hoch zieht dann offensichtlich der ausentwurf schwer hinterher werfen ok dann gehen und sie ist gerade in der nähe also ja wenn ihr die killen könntet bevor sie mich irgendwie mitnimmt das wäre schon mal das der plan also sie ist nicht treffen sie ist weniger als elf schritt entfernt oder aktuell ja also ihr seid alle irgendwo nebeneinander ich muss gerade mal schauen ich ziehe dich noch ein bisschen weiter näher ran und ansonsten ist das alles eins zu eins darf man darien würfeln wenn darien und darf meinetwegen auch würfeln ja das ist gut der hat man verfreut auch wenn sie pentilio vielleicht er ist noch viel piste auf die auf die dingen sollte ich kann natürlich ein wesen sind dann ist mittlerweile ein bisschen ja auch durch ich jetzt zu viel steht unterwegs ist auch noch froh wenn es los wird so ich muss den den charakterbogen so und ich finde ich würde dadurch dass es der besondere bolzen das habe ich eine 3 erschweren ist eine 2 erleichterung aufgrund der entfernung ich denke mal das ziel ist gerade groß und bewegt sich nicht ich würde da jetzt keine weiteren erschweren ist und erleichterung kauf rechnen passt das einfach du triffst also die acht von runger ist auf alle fälle gelungen hatte hast du den ins ins weder markt forum geschoben meine 13 wäre auch da hast du okay dann erklärt warum ich nicht finde aber du hast auch bei fantasy grounds ein bogen da steht das hat der fakt nicht drin wie weit ist runger von dem vier entfernt zwei meter exakt zwei meter ok das sind dann bei mir durch den speziellen bolzen 5w6 plus 4 und ein angriff zum niederwerfen das wären 18 angriff zum niederwerfen ich würfel einfach mal auf den ist das ist der speer wusste bei mir sind das 16 angriff zum niederwerfen glück wird 9 auszug schutz du hast 16 runger sind 18 18 und 7 2 körperkraft proben machen um genau hage wie viel punkte glück hat man drei minus eins also vier minuten neben ach so hast du den vorteil minuten 1 wegen dachte ich 11 und 1 segen die das segen gibt noch einmal ach der segen okay dann machen wir bitteschön okay das dann treffern ich wollte mich jetzt nicht selbst erschießen dann zwei hauschen okay ja dann wir haben 4w6 wir haben 4w6 extra schaden oben drauf auf die w6 plus 5 den und als 234 sind nur 7 und 18 15 ist das richtig sehen ja das war's wenn man angriff zum niederwerfen ja ich habe eben ein gewürfelt ja 19 am gestern angriffe zum niederwerfen ja die 19 reicht kriegt meine eigentlich paradisch an ja du du ja richtig du hast ja auch eine lederschwinge ich habe ich ganz vergessen sechs punkte sind elf minus 10 sp auf deine und ihr könnt sehen wie jetzt der sperr der wurf sperr von ronga drin stecken bleibt der pfeil von mendarion und was hat das um ihn hast du wirst du wirst du wirst ein bolzen bleibt ebenso in selanaria stecken aber nachdem der elf geschossen hat könnt ihr sehen wie selanaria den serpentilio gerade gepackt hat herumgewirbelt wird und dann ja ungefähr zehn elf schritt neben euch auf dem dach des ja leuchtturm ist es nicht des gebäudes direkt ganz vorne aus dem dann da der wilde baum heraus wuchert auf den dachziegeln liegen bleibt beziehungsweise die brockeln herunter und sie stürzt gemeinsam mit serpentilio ins innere des gebäudes ich möchte sofort zum kurzsprint ansetzen und seppentilio 5w6-5 5w6-5 ich mache erstmal 5w6 und dann körperbeherrschungsprobe vorher geben falls du dich abfangen möchtest das war mein arion ist nicht so wichtig das ist nicht so wichtig genau 18 sind nur 13 punkte ja dann brauche ich körperbeherrschung ist um fünf dann habe ich es geschafft dann hast du es geschafft dann kannst du einen w6 rausziehen das ist das wäre die regler sagen die sechs wir gehen aus der 18 5 raus für 13 das haben wir sowieso schon und aus der 13 13-6 sind achso also 7 7 dann geht's mir gut dann habe ich noch sp dann habe ich ja noch zwölf lebenspunkte so dann können wir uns einfach mal angucken andere deck aufbau und zwar da nicht da alles klar okay dann sehe ich dir sogar richtig ich möchte hinlaufen das ist ein einstückiges ding das ist ein einstückiges ding das ist ein zweistückiges ding moment steuerung c hat das gebäude eingang ja wir sehen den ja sogar hier so steuerung f genau wir sehen diese stecke gebrochen ach so die anderen bei den steherspiegel machen gar nichts mehr und dann haben die verpissler wird gleich runde du kriegst du kriegst gleich noch einen angriff keine sorge und passiert schon ich frage hin glaubt wir sind soweit initiative oder nicht genau wir können auf die initiative gehen ich hatte meine schon wirklich würfel neu für die lehrer schwenken weil ich nur eins gewollt habe ich bleibe bei der 1 2 da bin ich bei der 10 die um 15 und die alte darf sich erst mal 2w4 abziehen ich bin bei der 9 weil sie festgenagelt ist weil sie niedergefallen ist weil sie niedergefallen ist 26 bin bei der 24 aber das gute sich auch in die minus 2 also wir sind wir sind hier auf ähnlichen niveaus und viel nichts denn jetzt in der runde vor alle anderen auch gehandelt haben schon jetzt dahin gelaufen sein darfst du ja warum nicht klar die anderen haben mit ihren sperren geworfen und geschossen du hast zugesehen wie die königin runter stürzt durch das dach bricht und dann kannst du deine aktion handeln und laufen dann laufe ich mit ich habe ja auch noch nichts gemacht korrekt sturmangriff geht wahrscheinlich nicht weil wir erst die tür öffnen müssen oder das ist so eine offene lagerhalle würdest du fast meinen irgendwie von einem von hafen irgendwie rausgeklaut rausgefressen und dann irgendwie durch das holz im offen dann nach oben transportiert worden also da gab es zwar auch eine tür die ist aber offen okay also dann kann man ja ein sturmangriff auf das viel machen das gefallen ist oder wenn du nicht vorziehen willst teilen als erstes 15 liegt ist schon mal ein guter angriff du stolperst dann durch und durch diese lagerhalle nach drinnen die tür ist oder das tor ist aufgeschoben und merkst dann wohl wie schwieriges wasser hier dann auch steht du rutscht ein bisschen versucht sich zu fangen und bekommst dann erst mal ein vogelbein von celine aria in dein gesicht getreten sturmangriff ich liege hier nicht darauf treten bitte da bekommst du vier schadenspunkte all hast du aufmerksamkeit halber natürlich nicht ja zulamin du darfst dann dein sturmangriff ansagen kann sie überhaupt noch ran das ding ist ja ich habe gesehen hier sind schon drei tokens im weg und ich registriert das 1 davon schon sehen 20 17 plus 6 es ist kein es ist nur nicht getroffen aber es ist ein sturmangriff dementsprechend bekommst auch du und vogelbein ins gesicht oder du nutzt ihn jetzt das glück dass ich dir fällt obwohl ich das oder du musst das viel bessere glück dass ich den verdient neun trefferpunkte aber ich habe doch eigentlich schon gesagt dass ich mache ich zwar fax hilf also ich nehme den glückspunkt von fax gut dann nimm den von fax du hättest neun schadenspunkte bekommen jetzt kommen die doppel 20 neun trefferpunkte schadenspunkte wären damit trifft ja dann stromangriff selanarie liegt am boden im prinzip ja das macht es noch mal einfacher eigentlich aber das ist ja jetzt schon nicht mehr thema also wieder eine 1 im schaden aber plus 6 plus und warte die die halbe gs oder gs 9 plus 5 also plus 11 im endeffekt 8 plus 11 sind 19 10 ist das richtig 19 halbiert sind 10 minus 1 und 9 gut dann ich muss gerade überlegen ronga hatte schon aber mir hat geheim in darien hat auch geschossen wie das hat geschossen dann ist die nächste kampfrunde dran selanarie würde versuchen sich zu erheben die anderen lederschwingen sagen sturmangriffe an und ja die anderen helden ihr könnt rauschen und flattern hören weitere lederschwingen sind unterwegs wir können das macht nur die parade stimmt technisch gesehen habe ich auch noch pariert aber ich darf nicht umwandeln also wir hatten alle nur eine aktion ist doch in ordnung ihr könnt schlurfen unter euch hören neben euch hören morfus die da wohl agieren und weitere lederschwingen die sich jetzt aus der wolke nach unten stürzen zahlt zeitgleich gibt es ein rascheln vom bauch vom baum ihr könnt sehen wie sich jetzt aus dem holz heraus ein insektoides wesen heraus schält mit einem pervertierten oberkörper einer frau und ja merkwürdigen viel zu vielen augen die klickern und klackern weitere ja fühle oder beine die da wohl raus kommen und am hinterleib könnt ihr einen großen bauch erkennen der da wohl dass die insektenkönigin perfekt macht das ist quasi bei uns im gebäude oder genau steuerung f das ist hier diese insektenkönigin eine von den dreien das ist einfach nur das ding hier also kann ich übrigens bevor ziel anaria aufgestanden ist ich habe eine 16 kann ich sie vorher stechen ich habe jetzt eine 4 in die mit silen aria die anderen haben nur zehn so kann sie nicht vorher stechen du kannst sogar umwandeln und sie zweimal stechen richtig danach vielleicht kriegst du den kill ihr dürft natürlich gerne alle vorziehen wenn ihr möchtet ansonsten ich hatte angesagt was ich machen möchte und würde dann handeln silen aria auf der vier okay ja ich möchte auch auf jeden fall vor sich für leben mein angriff ohne ansage gut rektor kriegst du hast du schon ausgegeben nur ein paar zu stechen erfolgreich noch mal neben silen aria auf den boden ja wie du hiebst einfach auf diese flügel max dann das ist kein knacken gibt kein blut keine leder dass du dort zerteilt du hackst und hackst und hackst und passiert gar nichts betäuschend dann ja ich möchte versuche in einer aktion aufzustehen ist eine gewandtheitsfrohre richtig nur ins gelingt also kämpfe ich mich alle gemächlich in zweien auf die beine du hast ja mann mit kaputten knie du merkst wohl dass das wasser du rutscht und rutscht und rutscht immer weiter weg von nicht nur silen aria aber auf den baum zu alles gut da wollte ich hin dann würde ich mich um salen aria kümmern zu lernen dass wir uns war ruftschlag acht liegt am boden das glaube ich eine minus drei ok dann ist es nur 25 20 20 glück ist raus du hast noch glück vielleicht vielleicht das werden wir jetzt sehen ja ich habe glück aber nur einmal oder das ist vorteil glück ok dann neuer versuch das war der beste ship den ich je ausgegeben habe dieser ring zeit dass du den schicksalspunkt verbrennst fräulein nichts gibt ja du ebenso wie wie haldern rogel hackst und hackst und hackst du auf salen aria ein du siehst wohl wie wie sie weiter mit ihren vogelbein nach dir treten will und kurz bevor du denn das vogelbein ins gesicht bekommst und deine nase splitternd bricht kannst du dein säbel noch parierender vorhalten und schneidest ihr den fuß auf dann gib mir mal deinen schaden na bitte jetzt kommt auch die sechs plus acht plus acht aber kein sturmangriff sind 21 halbiert sind elf sind zehn gut dann wie das wollte genau ich würde jetzt weil bauer rogel ja auch vorgerannt ist und er hat die kiste und auf die kiste muss ich aufpassen würde ich ihm folgen und mich auch der selanaria stellen ja ich denke ich brauche rutschen lassen genau ich habe ihn nicht gegrabt warte genau ich gehe davon aus dass ich beide aktionen fürs rennen brauche du kannst hast du einen sturmangriff wenn du kannst nein ich habe den ich bin ich als manöver dann ist die zwei positionen machen ja genau aber das ist in ordnung du hast kein sperr mehr in den handen eine lederschwinge sticht auf dich und abel mir hinzu was wirst du und viele weitere leder schwingen die schweizieren natürlich mein schwert und halte die auch nichts sturmangriff erst mal gegen und dann bewege ich mich aber erst mal warte ich auf den angriff ja aber mir ich will doch mal reparieren und dann kriegt er frist noch mal einen paar schaden wir haben in darien ist dabei gemeinsam mit fanora und fahrer mut sich gegen die anderen zahlreichen lederschwingen zu verteidigen schießt pfeil und pfeil in die luft die jetzt auf euch herunter prickeln bist also beschäftigt mit mit ronga nutzt noch eine freie aktion den anderen zuzurufen ins haus da könnt ihr zwölf und fünf beide treffen 1 doppelter schaden gibt mir noch mal den schaden recht aber dann ist er tatsächlich auch tot mit doppelten schaden hat ja eben schon was kassiert gegenhalten ist meiner von meiner seite auch ausgeschafft was für eine geschwindigkeit haben die noch mal 18 18 ist plus 9 das 9 richtig dann so du hast jetzt ein schwert gezogen ist es schnell ziehend richtig aber mein schwert gezogen schnell ziehen das heißt ich kann das in der freien aktion eine andere freie aktion habe zum reden benutzt das heißt ich habe noch eine wegen der hohen inni und ich der schwert regenbogen glanz macht noch mal doppelten schaden an chimären das heißt 50 schaden der ein ist es so ein doppelter schaden chimären doppelter schaden an chimären gut und da steht nicht die mehren erster generation sondern einfach nur ich die mehren ja die mehren und daimonide das habe ich hier kein geweihtes objekt nun also keine haare geschützt ist auch kein tag zwei dingen drauf die ich mich in mehreren haben aber empfindlich kann ich die weiter weg der bereits verlor aus puren eis und entsprechend seinem namen glänzt das wenn die sonne drauf steht in einem jahr mehr fahrgewiegen ist mal somit sage fällig glaube ich meine sonne haben wir jetzt zum glück nicht fahrer mut sticht mit seinem effort speer mit seinem spieß nach oben in die luft hackt da wohl nach einer weiteren lederschwingung und rennt dann den befehl folgend ins haus hinein um vor den zahlreichen vielen lederschwingen dann erst mal in entdeckung zu kommen wenn darin tust du es auch so ich habe mich ausgepascht an selbstverständlich der wird hier nicht draußen bleiben gut weil die dinger nicht mag ist er nicht auf einmal genau ja was tut die zweite aktion nutzt ich wollen wir zum laufen ja ich würde ich würde auch über nur und die nicht ja noch mal decken und zum auszuladen also ihr beistehen falls er ohne andere attacken von oben kommen wieder viele zahlreicher dann kannst du aktuell position und noch zwei drei schritt frei machen und ebenso ins haus stürzen ist deine initiative über 20 ich habe eine initiative 20 von 20 also nicht 21 24 24 dann kannst du doch einen weiteren schritt frei aktion machen ja kann ich theoretisch und selenaria war auf der 4 alle anderen hatten vorgezogen halte noch oder die lebt noch ja weil ich habe noch aktion aber du wirst heute noch ins gras beißen keine sorge dann hättest du halt fecks nicht das fühlt sich der rail roadie an du hättest fecks nicht schrägeln sollen was kann ich denn für deine trippel 20 eine menge du hast das würfel makro schließlich umgebaut habe ich nicht nur zu sehen die 12a plus eingebaut das sind 19 schaden aber immer im wie viel entschuldigung 19 halbiert sind 20 sind 10 minus 19 also warum halbiert das sag ich dir nicht weil wenn das profane war von der selbst gewalt ist klar normal nochmal du hast drei da richtig wenn ihr eure zwanziger würfelt dann dann kann es immer in den wichtigen sachen also mit zulamin würfelt immer ihre zwanziger kommen ja in wichtigen momenten immer gekrittet den unwichtigen sachen das ist egal ein weiterer beweis dafür dass er der überlegene kapitän war möchtest du halder und rogel den den kill schenken oder möchtest du ihn selber machen keiner hat breit abgeben keine ahnung die frage ist wie lange willst du so lange warten bis halder und rogel das nächste mal trifft das können vier bis nach unten werden also sie wäre sie wäre jetzt tot ist halt die frage ob ich habe nichts dagegen wenn du beschreibst wie bauer rogel mit seiner mistgabel zusticht hauptsache das ding ist tot ja dann halt dann erzähl doch mal halt dann ist es fast auf den wichereien ausgerutscht aber hat sich dann doch noch gefangen fast gegen seventillo gelaufen weil er auf dem boden hat dann einmal in den flügel gestochen ist gar nichts passiert ganz schlimmes viel und hat dann noch einmal ins gesicht gestoßen weil das ding hat einem auch im gesicht geschnitten und dann ist es umgefallen und dann hat halter an sich kurz umgedreht ob er irgendwas falsch gemacht ist es ist tot glaube ich da ist aus also zulamin lächelt dich an also hast du wohl was richtig gemacht wenn ich die aufmerksamkeit der herrschaft dann dort hinunter lenken dürfte ja du rutschst wieder weiter auf die ich mittlerweile aufgestanden mittlerweile bist du aufgestanden ist aber alles rutschig und schwierig hast dich dann noch einen weiteren meter auf das ding zu bewegt als du dann sehen kannst wie große riesige morphos an dem stamm nach oben klettern es sind nur zwei aber du hast unter die weitere schlurfen sehen wie diese insekten frau jetzt auch ja ihr seht die alle haltet die tür hängt sie denn im baum verwachsen sie ist im baum verwachsen ja genau eine von den steuerfrau ja richtig doch wie groß ist die steuerfrau oder steuernsekt oder wie auch immer also die morphos die man kann sehen wie breit die morphos sind die sind zwei meter drei meter breit und der baum ist eben auch sehr groß und knorrig und harzig und daraus erforscht dann sowohl nach vorne das gesicht mit diesen ast hinten und nach hinten raus kannst du dann diesen großen korpus erkennen wie nennt sich bei bei solchen insektenkönigin dieses dieser korpus abdomen danke ich wusste dass du das beantworten konnte also nicht thorax welcher teil jetzt kaputt thorax oder abdomen das sind die drei teile in die das hintere große das ist das abdome spinnen okay gut also kaputt ist es jedenfalls nicht das wäre der kopf kaputt ist es gleich kaputt abwarten und die morphos bewegen sich auf uns die haben sich jetzt erst mal am stamm nach oben geschlupft geschlupft in dieser aktion nächste kam frau und die stammgerecht der stammrecht noch tiefer in die archite ja 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 da reicht also hier oben auf der nächsten ebene ist das gäst ja und dann meine ich jetzt ja nach unten auch das hatte zu damit in ihrer vision auch gesehen ich möchte einmal eine eine tierkunde probe befinden ob ich weiß was ein morpho ist magik und habe ich gar nicht und ob ich weiß wo man ein insekt am besten angreift in den weichteilen also ich habe zwei punkte also du hast normalerweise insekten immer genommen und dann hinten zerdrückt dann knitschen und knacken die immer so schön lustig wenn das hier gegen kaputt ist aber das ding ist ein bisschen größer und das würde wohl eher dich hinten nehmen und dann hinten drücken also meinst du von hinten ist die richtige strategie verstanden so die zwei freien aktion von zehn ich würde gerne zwei worte in meiner freien aktion sprechen rogel salz und dabei zeige ich auf einen der morphos denn das sind ja schnecken und schnecken vertragen kein salz wie viel salz haben wir dabei ich weiß ich nicht in dem moment schon ich baue rogel nämlich auch fragen an salz und denk an denk an sam der hatte auch sein salz kästchen bis zum schicksals berg da kannst ja du kannst ja mal in deine jackentasche greifen da findest du immer neben fusseln auch ein bisschen salz es ist nicht viel aber das wird wohl nicht helfen auch wenn du dann vor dir auf den boden blickst der total wässrig ist wenn du da jetzt salz rein schmeißt das wird dann natürlich auch direkt gelöst wird euch also auch nicht weiterhelfen unabhängig von den paar krümelchen salz die du da in deiner tasche hast okay ja ich habe ja keinen besseren plan also attacke weil muss ja ja man da überhaupt dran also weil er da dieses loch ist also die sind jetzt gerade hier oben und du ja du kannst jetzt von hier angreifen und auch von hier angreifen das geht schon hat immer noch die truhe oder darunter zu schäden dann ziehe ich dann ziehe ich vorhin vor und halt den fest sind wir noch eine ja die muss sind auf zehn die haben vier plus ein w6 ich habe in den sechs gewürfelt aber die grund die die von vier ist nicht gut ich würde bauer rogel gerne am schlawittchen packen vorher loslaufen dann bleibt daneben gestehen und dann würde ich meine zweite aktion dazu verwenden ihn zu überreden das nicht zu tun oder zu überzeugen es ist im endeffekt egal ich sage einfach mit der stimme der autorität eines geweihten nein das machst du nicht bist fürs truhe tragen hier was tun die anderen angreifer engelt sich durch um in vorderster reihe vor den morpheus zu stehen ein bisschen informationen gehen man sieht ja nur eine schlacht man sieht da nur die eine steuerfrau richtig genau diese eine die ist dass das das ist das ist in dem baum das ist ein baum ja richtig genau okay gut ich nehme eine tonflasche und werfe sie auf den boden in einer aktion dann kommt dann schuf raus nicht vor mir ich nehme anders dauert das meine aktion und dann reden wir über den befehl wenn er raus ist er schuldet mir noch einen dienst ist das der ungebuffte gummelschuh das ist der ungebuffte gummelschuh den guten den guten behalten weinschruf haben wir doch auch schon vor portion recht verballert nein nein das war ein schulschuhe der hier hat remember boran auf der unterseite tätowiert ist das der burs das ist der den ich gerufen hatte als wir in der stadt aus den tiefen überfallen worden sind okay ich erinnere mich ja ja wie gesagt der ist ungebuffte das musste damals schnell gehen gut ja was machen die anderen halten das durch wie das ist durch ich habe 19 19 dann sind die morpheus dran auf der 10 sie schlurfen in richtung ich glaube wir haben nur eine geschwindigkeit von vier und sowas sie lösen sich also vom baum ihre saugnipfe drehen sich dämonisch klubschen sie in eure richtung und kriechen auf euch zu ich fange einfach mal an du hast eben du hast deine flasche geworfen ja das war letzte und er dachte ich jeder so diese runde das war diese runde weil du sagst die morphos sind dran und wir sind ja weil weil ihr nicht weil ihr nicht vorzieht deswegen habe ich jetzt dann auf der 10 agiert der nächste ist dran mit ich probiere die morphos zu umgehen um wie also ich würde mich nicht in karten bewegte ich ist gleich aber es ist immer gleich bei mir ich renne ich habe eine gs von 8 dann hat es dann halt dann ist fertig mir das ist fertig sepp entiel hat einmal geschmissen was willst du noch tun eine aktion die vieler teilen das kostet auch eine aktion ich zeige auf die steuerfrau und sich auf das war einfach nur töte töte und wir schauen mal auf die kontrollprobe dies waren sich ist und damit gelungen dürfte bei dir jetzt bei mir ja ich sehe auch die 8 aber es lag die 20 das ist das ist richtig ja hier lag die 8 nicht 20 ok bei mir lag die 20 ja das ist die 8 die das ist kleinzeit mit der würfel schade und dann geht er los oder wahrscheinlich geht er in nächster runde los damit wir genau richtig runger ich weiß nicht was aber mir davor hat eigentlich wollte runger hier die stallung halten hat gehofft ihn an seiner seite zu wissen aber wieder einmal geht einfach nur zwei schritte vor wahrscheinlich so zwei schritte zur seite sobald sich der dämon da manifestiert aber trotzdem weil man wartet bis die rufe immer auf das kommt das würde ich sicherlich freuen zu hören dass der schuf auch nur 9 plus 1w6 in die hat zu also gerade mal 11 ich fand das plan nicht so blöd ich würde mal einen blick über die schulter werfen ob uns noch irgendwelche vier in den rücken fallen aktuell nicht aber über euch in der luft hört ihr das kreischen von den weiteren lederschwingen die da draußen schnappen da habt ihr zum glück euren effort geweihten der mit seinem dreizack da nach denen spießt und nach hinten weghält ja also ich glaube jetzt nicht auf die morphus zu also ich bleib da erst mal niemand will gegen die morphus kämpfen ich bin gegen die morphus kämpfer das ist das jahrland trauma was alle haben habe ich schon die story erzählt wo mein kampf magier ein armatrotz aus dem stab holen wollte und sie gepatzt hat und versäglich in morpho gebufft mit allem was in dem stab war er war dupliziert er war akselleriert er war gearmert trotz war es awesome nicht schlecht und chronops musste damit umgehen ja morpho mit initiative von 30 oder so gut dann zu nehmen was hat das gesagt ich sehe gerade nichts sinnvolles was ich tun kann also ich würde schauen ob uns von hin was angreift das scheint nicht der fall zu sein als avion evanora und faramut regeln das gemeinsam mit netjot zumindest und wehren die chimären ab ich hoffe dass jetzt unsere fernkämpfer die morphus ausschalten damit wir uns dann um die größeren gegner kümmern können gut dann nächste kampfrunde ich bin auf der 10 dran möchte jemand vorziehen ja sowohl ich als auch der schroffball auf der 11 auf der 11 ja ich muss gerade mal für die insektenkönigin würfeln die hatte nämlich noch keine initiative ich hatte das nur für die morphos gemacht eins ich glaube so langsam wird es nötig machen wir jetzt ein in die bohrte ich habe das habe ich ja ins rumliegen größe groß zu dem ins irgendwo auf der 30 33 33 mit dem selbe bongo serpentin und sehen nicht auf der 11 also bis auf der 11 ich habe mich schon platziert gut dann gebe ich mit den morphos auf die 10 und die insektenkönigin hat leider kein token also sie hat halt bilder war ich tue sie dann mal auf die 11 und schreibt dann insektenkönigin ach jemand hat den hintergrund von diesem drecks schruf transparent gemacht er war der autor es ist jetzt möglicherweise ein bisschen habe ich mal recht zu 13 jahre also unglücklicherweise ein bisschen reingesummt wird da ohne jetzt ins ohne das pandemonium zu gehen kriegt man denn sonst nicht schon war schon richtig die größe werde umgestellt ich habe nur den schuf um benannt und er muss einmal sein komischen blick verlieren den habe ich nicht eingestellt gegen das zuständige konfiguration blick fällt raus und blick fällt ist kreisförmig ist der groß jahren ja also ein großer gegner gut und er braucht mit weg ausgezeichnet dann meine morphos auf der 10 sie machen ihre stachelangriffe wie gesagt ich vor wir wollten beide vorziehen sie ist vor auf der 11 er hat man sagt mir ist auch kein frontschwein deswegen geht er dann das bequem versteckt sich hinter zu damit metaphorischen rockzipfel und der schuf kreischt einmal laut auf verschwindet dann und man sieht noch wie er splitter aus dem boden reißt und wasser verdrängt während er einfach ich glaube über den morpho hinweg schreitet was die schläge sind die münge und ich habe mein befehl gegeben das ist die kampf der mann und dann alle dämonen haben zugriff auf stürmeangreifen wenn er auf alle fall dann macht er den und wir gucken was passiert würde ich sagen es geht auf die 15 das trifft nicht ja stürmt an bekommt ein stachel von der insektenkönigin ins gesicht und sie öffnet ihre hölzernen hände sie hat sechs hände und die können sehen wie kleine fliegen daraus hervorstoßen auf euch zu und dann hat er noch drei angriffe ja kann man zumindest zu hacken zu schnabeln wir sind zwar auf die 15 die treffen und die kann dann auf die 18 ob es einer darauf wie viel schaden machen die betrifft auch das kommt jetzt die ersten beiden nur 2x plus 2 werden die sie mit den tagen behakt und vermutlich packen versuchte sie zu packen und einfach daraus zu reißen weil genau wer an der man service sind sieben und sechs kann das noch sturm und darf noch machen ich habe zwei aktionen für den sturmangriff abgezogen gut der hat einfach und er hat einfach noch fünf angriff pro technisch geht er hat fünf aktionen dann hat sich aussuchen aber angreifte repariert und dann der letzte ist 346 plus 3 weil dabei ist das in dem schnabel das sind 16 ja nun und 16 das ist bhl h schaden ja ja also der ist magisch bla 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 hat zu parieren möchtest der sonst nicht war unsichtbar auch noch nicht weil muss nicht parieren die insektenkönigin wird euch jetzt angreifen möchten andere leute vorziehen ja dann das 19 ich würde auch auf jeden fall auf diese insektenkönigin schießen meine armbust ist sie schon nachgeladen ja also ich hatte ja zwei warte lass mich überlegen und zweimal geschossen genau ja ja einmal einmal ja als wir noch an deck hochgeklettert sind da ist ja genug zeit vergangen aber nie beim anderen mal ist nicht nachgeladen stimmt ist korrekt dann zwei aktionen ich gehe nach hier hinten und ein text ich in das ist ein laden ja genau gut und dann ja ich würde zum rand dieser grube gehen wo der baumaus zwei von unseren abfakten nun einmal abfakten rausholen diese unterwerfen an den fuß des stammes ich weiß nicht wie tief der stamm ist also du kannst auf das unterdeck sehen sie ist da wieder gewaltige baum weiter wurzelt und ein weiteres großes loch du siehst es weiter schlafen und wie zwei weitere morphos aus dem baum hervor kriechen und trotz jetzt nicht meine musikung ja ich würde die antrag zu anderen fuß dieses baumes werfen und diese aktion auslösen gut dann bin ich mal gespannt eine aktion position hat dass du und einmal werfen und dann bist du nächste runde dran mit dem auslösen möchte haldern vorziehen mein plan ist da ich ja nicht mehr laufen darf weil mir das mir das verboten hat ich möchte den morpho provozieren mich anzugreifen anstatt andere ich habe kein besonders gut plan wie ich das machen will ich würde einfach mal ja ich darf nicht mehr laufen würde eine nicht angezündete fackel nehmen und sie nach dem offen schmeißt fernkampf basis noch irgendwelche wurftalente improvisierte wird wahrscheinlich sieben oder acht oder so sieben du schmeißt dem morpho die fackel ins gesicht du siehst wohl gerade wieder neben den augen einen gewaltigen stachel ausgebildet hat und ja der fackel schließt sich auf diesen stachel auf das ding brennt und du hörst das blubbern haben diese beiden morphos gehandelt noch nicht die sind auf der 10 dran die bilden beide stacheln ich möchte nicht ich möchte nicht vorziehen gut zu nehmen dann nicht die morphos die anderen beiden hatten sich bewegt die sie hier fangen jetzt an zu schießen und zwar in alle richtungen das heißt sie treffen automatisch für nur zwei wie sechs schadens punkte sind acht schadens punkte sowohl für alle mir als auch für ronka halter halter nicht erst so weit gemacht wird ich würde gerne mit eisschwert mit meinem schwert dieser bolzen parieren was ich mir durch den waffenmeister erlaubt habe okay wenn du tatsächlich ein waffenmeister hast der feile abwert dann ja ansonsten bräuchte so ein schild genau das ja dann wenn du das hast dann mach aber du darfst nur die sechs abwehren sei du willst zweimal parieren zwei schüsse ja ich parieren wo den einen erstmal ist trotzdem erschwert um acht natürlich zwischen fernkampf nicht geschafft ist aber kein patzer dafür die morphos sich dann auch gegenseitig und die steuerfrau auch im prinzip ja meine steuerfrau wird euch in schufe abgeschirmt dann nehme ich einfach mal den schaden wie viel waren das 88 sp 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 ja die stacheln gehen an der rüstung vorbei das ist das jahrland trauma das fand auch ganz vorne im buch statt allerdings auf der seer war nicht auf der plagenbringer wirkt ein eisers kälte kälte eisers kälte kämpferherz auf mich was mir nennen eisrüstungsschutz von zwei gibt zählt der dafür eisrüstungsschutz von zwei jahr wenn es ein magischer schutzschild ist ja alles klar die in schwarzstahl rüstung auch nein vermutlich nicht armatrotz würde wahrscheinlich ich denke es ist eher der unterschied rüstung natürliche rüstung genau das ist der unterschied also fell würde auch helfen oder schuppen jetzt noch sein oder ein entwaffnendes lächel jetzt raffin sein jetzt nach hafen dann werden die insekten aus ihrer hand auf euch zu stürmen vor allem auf abel mir aber auch sehr viele auf ronger auf serpentilio auf zulamin er war ich denn getan auf euch alle stiegen jetzt die insekten denen ihr prinzipiell nicht ausweichen können sie sind sehr kleine gegner es ist eine wolkenformation und jetzt muss ich gucken ich habe leider schon sehr viele habt jemand von euch die dunklen zeiten parat als griff was für eine frage ordnung uns chaos da gibt es doch diesen schönen insekten zauber ne der warstausend fliegt dann verwandelt sich neue insekten genau den meine ich nicht gibt es denn nicht irgendwas mit ungeziefer ist er nicht in den dunklen zeiten mit drin ist das lieber den schrecken es gibt es nur eine einbildung also wenn es eine einbildung ist dann krabbelter schrecken jeder krabbelnde schrecken ist in der einbildung als gewinnach näher meine ich also der krabbelnde schrecken ist verdammt op krabbelner schrecken ist keine illusion ist eine dämonische herbeirufung das sind tatsächlich käfer die über dich kämpfen und du kannst da keine gegenprobe machen ja ich weiß doch sofort eine selbstbehauschungsprobe schwert und zfp stern aber das ist dann lieber kanonis oder was ganz normal ja lieber kanonis seite 144 kannst du mir wieder durchlesen würde diese funktion ist auf der stelle von mir und von wimmeln den kriechenden krabbeln den kleinen tieren blablabla bedeckt das opfer so was man solch großen selbst übernimmt das er sofort eine selbstbehauschungsprobe erschwert und die zfp stern ablegen muss und nicht auf der stelle ohnmächtig zu werden dass wir auch insektenphobie haben blablabla nicht richtig ja ansonsten nach zfp stern spielrunden lang nach ablauf der wirkungsdauer so von angst erfüllt das blablabla dann gib mir mal eine selbstbehauschungsprobe plus sieben ja hörst du das da haben wir die insekten geholt na die morphos ich glaube er hat gerade sein mikrofon runtergeschmissen egal genau das ist passiert das solltest du weiterlesen denn der zauber wirkt selbst wenn man die selbstbeherrschungsprobe ja aber du wirst nicht ohnmächtig richtig aber du bist nicht kampf fähig und ja ich denke das wäre mal eine wichtige randinformation ja nicht gesagt ich habe nicht gesagt das ist nicht so hier bin nur die ohnmächtigkeit erstmal vorgelesen so weiter war er noch gar nicht deswegen meinte ich ja solltest du weiterlesen er geht wird ihn doch nicht gegen er war dabei das ist unschön das sein werden ja geklärt dass er nicht im kopf stand findet also deswegen nicht gegen mr keine sorge zum glück ist er schrubter im gegen ich bin versteckt braucht sie denn sicht im prinzip nicht also er wird repdämonisch sein wird ich würde gerne den chip in dem glück einsetzen um ich auch ja warum kann ich diesen warum kann ich diesen zauber nicht weil hier nur nexisch vorliegt 20.000 aber halt dann rogel der ist auf den beinen ja ihr merkt wie sie die hände ausgebreitet hat sechs arme ihr merkt wie sie fliegende archenkäfer mit blau schillernden flügeln loslässt die sich dann auf euch stürzen wie ja ein insektenschwarm sich auf die ernte von haldern rogel stürzt und sie krabbeln und wimmeln und wuchern über euch über euren körper beißen und zwicken euch ihr bekommt alle ein w6 schadenspunkte aus die ich werde ohnmächtig weil da steht hier nicht aber das sind die eichenkäfer so da steht im prinzip auch wieder nicht weil das insekten sind außer für das sind viele insekten ich wollte gerade sagen die machen wohl sicher nicht jeder ein w6 schadenspunkt die werden wohl insgesamt einen schadenspunkten machen dann werden die wohl nicht durch die eisrüstung oder durch den armatrots kommen amatrots mit ihr armatrots gebe ich dir wieder ja mir das fällt um das seht ihr nicht bin ja eh abgekniet um nachzuladen das heißt ich werde einfach nur so ohnmächtig und lehne mich dann an die wand du tust nur so das war die eichenkönigin und die morphos nächste kampfrunde es sei denn zulamin wollte noch zu haben wollte noch ich wie ist das jetzt können wir noch kämpfen oder nicht ja kannst du kämpfen also kannst die käfer jetzt abschütteln abstreifen hast deine selbstverschungsprobe geschafft im gegensatz zu mir das und kannst jetzt noch weiter kämpfen alle bekommen den schaden nicht nur die das nicht geschafft haben alle bekommen den schaden aber wieder zusätzlich ohnmächtig ich wollte nur okay eine aktion artefakt auslösen weil das ist eklig eine eine aktion an den morfo ran bewegen und die haben ja keine aktion mehr also richtig wuchtschlag auf dem morfo sturmangriff kann sie nicht brauche zwei aktionen für ja weil du sagst ja immer verbraucht alle aktionen und ich habe von meinen drei aktionen die erste für was anderes genommen das ist auslegungssache aber du hast es immer so ausgelegt also ja jetzt den hammerschlag können also eine aktion position und dann einmal den wuchtschlag plus 8 hast du gesagt 6 6 hast du auch eingetragen trifft schadens punkte 17 17 rüstungsschutz 4 strich 1 du greifst vorne an okay dann hat er noch eins und schlägst zu mit deinem geweihten säbel zerstiebst das fleisch wenn man es dann nennen kann und siehst dass sich dann unter dem fleisch wohl das wieder versucht zusammenzuwachsen eine dicke narbe bleibt vorhanden nächste kampfrunde schuldig schulden ja wie lange bin ich ohnmächtig und ronga ist glaube ich auch noch dran ich glaube ich habe ich schaue während das war ja okay und zwar ich habe ja nur einmal pariert dementsprechend der schruf ist etwa vier schritt von mir entfernt drei gehe ich mit freien auktion warum auch wo richtig den schuf möchte schließen und dann machen noch mal einen wuchtschlag plus 8 das sieht gut aus erstes geschafft wuchtschlag 8 20 mit eis dann hiebst du in die identische wunde direkt zwischen den augen da wo sich gerade die narbe gebildet hat zerstörst wohl sowas wie ein nervenzentrum das morphowesen zuckt du siehst noch wie die brennende fackel von haltern zu boden fällt und sich das feuer der fackel nach innen in diesen kern herein frisst und haltern rogel einen weiteren morpho umgebracht hat die nehme ich euch jetzt auch weg das war gar nicht da doch halt einmal die fackel geschmissen die hände doch auf dem auf dem stachel der sie ausgebildet hatte denn nach euch schießen wollte nächste kam von wir sind schrift sind vor also da war du bist 35 minuten raus wie sie jetzt sich minuten ich komme an die gleichen schuldig sieht vor weil ich hoffe er könnte jetzt einfach wir gerade manchmal an der letzte ist der schnabel da sind alle getroffen ist dann vier mal zwei w6 plus mache einfach zwei w6 und die machen wir mal vier er plus 2 ok machen wir machen mein ding 44 plus 8 für 52 und dann noch der schnabel inski für 12 15 gut das ding hackt ihr seht wie holz splitter durch die gegend fliegen fleisch und weggefetzt chitin wird abgeschabt und der morpho stößt sein wieder der schruf stößt dann widerlichen schrei aus der euch durch mark und bein geht und da könnt ihr nicht sehen was der gerade tut das wäre widerlich ich habe also ich glaube nicht weiter für serpentinio ich mache es mal mit dem morpheus die drei verbliebenen ich habe sie noch von dem offens die steuer vorliebte immer noch oder noch ja gut ein schritt freiheit für einen schritt zurück und dann aktion eine aktion haben rufen hier ins tempestas und glatius causa dadurch löse ich die beiden mann aus friege sphiero ab und faktor aus am fuß und dieses baum ist das gibt jeweils durch 5w plus 6 plus 5 und jetzt die nächste verankerung sprengen also 10w plus ich muss einfach zwei mal zum weg und das macht jetzt vor allem löcher in den wänden und böden ja das meinte ich ja am rosen hast du uns das verstehen ist die reichweite das ist eine friege sphiero bombe 555 schritt also für jeden schritt von zentrum entfernt ist ein ich will ich will ja auch auf die auf die stamm ziehen auf die alle das ist das sind ja auch eine etage über jahr schon die tschuldigung hage ich bin auch wo sind sichtbar ich wundere mich gerade warum ich informiere nix ist auf 2 habe ich habe bei mendarium 19 eisschaden und normal und 17 noch mal wieso noch mal das ist ja 22 ok 17 mal zwei sind 34 und 19 sind 36 und ich bin dann besonders empfinde ich gegen gegen das ist doch schon mal zwei ich habe doch eben was siebte aus 17 habe ich doch eben eine 34 ich mache an dieser stelle an dass der schruf widerstand gegen schadens magie hat es ist ein scharf behalten oder was ich will nur dass er jetzt nicht um fällt weil das ist genug er ist genug der mensch um auch den lep 50 schroff zu killen also es geht gegen rüstung oder ich habe ihn gar nicht weil das ging ja sind 17 und 19 schaden das tut halt auch weh wie gesagt er ist assistent also kriegt hat man die hälfte 17 18 sind 9 9 tp und 10 tp in nachrüstung insgesamt 9 hat noch einen 40 lp kreiber hin ich glaube ich muss kann sich verabschieden unten die morpheus auf alle die oben die oben werden jetzt trotzdem noch mal schießen ich gebe das mit dem baum und die eingezielt haben der baum stöhnt und krächzt auf du siehst wie sich wie sie versucht weitere archenkäfer zu dominieren krabbeln auch auf dem boden dringend um euch ja überall herum also immer diese schwarzblauen gepunkteten käfer die überall im prinzip auf der ganzen arche zu finden sind die du ja schon kennst schon zahlreiche von den analysiert ja aber sie sie stöhnt auf und verharrt meine zweite aktion wir meinen ab ein paar tor war hier aber trotzdem groß lösen hast du dich gerade mit zweimal jeweils eine aktion eine frage ausgelöst freie aktion ein artefakt auslösen ist eine ganze aktion keine freie weil hatte von außen nicht mit spruch ist eine ganze aktion mit gedanken anstrengung ist eine frage du hast du hast zwei artefakte ausgelöst alles gut dann lass mal nicht sondern halte und möchte vorziehen ich habe ja mehr in die als die viecher was wollen die viecher machen weil die beiden wieder stacheln aus und werden wieder mit stacheln nach allen schießen das vor allem noch ronga zu lamin und noch abel mir okay aber die bewegen sich nicht weiter auf uns zu also es sind noch drei drei stück die beiden sind nicht geschockt möchte irgendwas von der harpienkönigin aufheben und nach denen werfen weil ich nicht mehr ich habe mich unerlich viele fackeln dabei sind keine weiter fackeln wer finde ich irgendwas bei der harpienkönigin was ich werf eine klau hast du ja hast du so eine kleine handaxt dann kannst du die klau hat ein messer ja okay lässt sich auch mit messer zu kostet sich das aber eine aktion und dann noch mal eine werfen ein püpfel auf wurfmesser möchte ich auf messer lasse ich sogar zu ja habe ich natürlich nicht dann die basis ich glaube wurfmesser ist ein basistalent mach einfach den basis 11 du schmeißt max profil aus den rongas rüstung von hinten stecken bleibt es plockt einmal der zahn gegen rongas rüstung und verewigt sich darin ja dann hätte den getroffen doch wer hat der wurfmesser gesteigert für die gräume in jolgur mag genau ja dann merkt ihr jetzt wie die stacheln sich ausbilden und 3w6 schadenspunkte beziehungsweise ja natürliche rüstung wird natürlich angerechnet immer vor dass der morpho direkt vor uns ist ja ein großer gegner da kann man sich perfekt hinter verstecken nicht getroffen zu werden darfst vorziehen dann ist das eine erlaubte aktion zu lamin wenn du dich treffen lässt zwölf wenn du gar nicht so schön doch hin also steht vorne steht naja dann freie aktion hinter den morfen ja es ist eine aktion position ist das eine vollständige bekommst du auch keine aber auch mir ich würde genommen die ausweichen oder keine ahnung wie zum boden werfen wie auch mal die schießen nach überall dann gehen wir doch gegen würfeln ausweichen probe du hast vor allem keine aktionen mehr hast du nicht mehr ein freies ausweichen ganz frei ausweichen ja das ist sogar erleichtert aber du verlierst initiative meine ich man muss dich positionieren bevor du angreifen kannst es ist aber auch ausweichen gegen pfeil beschuss wie gesagt da gibt es um die um die distanz klasse die ist aber weit genug muss es aber trotzdem nicht geschafft haben für diese initiative viel runger du weißt dass wir haben glatt hier ich werde nicht getroffen ist doch weil es pfeil beschoss das ist immer generell bis 8 wozu mache ich denn ausweichen wenn ich trotzdem troffen wenn du hast gewertet weil du ausweichen ist schwer das nicht geschafft ach so okay ja wenn ich ihm zwölf dinge getroffen werden wenn ich ja minus drei dann möchtest du den schicksalspunkt verbringen ich habe ich habe keinen schiff du hast kein schicksalspunkt mehr dann hängst du mit ja dann hängst du mit minus drei auf der schwelle des todes keine sorge ich krieg das hin wir bauen den willkommen im club der wir haben die technologie eine sorge ich komme ich glaube wir können an dieser stelle den kampf auch beenden ihr könnt mit gemeinsamen kräften die morphos die hier oben noch sind gemeinsam mit dem schruf und eurer kampfskraft runger und zu damit vernichten und dann musst du den schuf wieder einfangen wir kontrollieren nachdem das ziel gestorben ist wird der schuf sich verdünnis er kommt erst manifest er kommt nach beendigung zu mir zurück da ich aber keine dienste oder einem umgebufften schruf keiner abpressen wird entlasse ich dann denn dann da er manifestiert ist der dienst entlassen umsonst was hätten wir jetzt schwierigkeiten aber dann muss ich muss auch mal und er zieht sich in die niederhaltung sorry plus drei ignorieren ja nie gut aber man muss auch nicht drüber reden wenn es nur 20 wer hätte die wieder ein großes problem einen unsichtbaren schuf ich hole mich oben nachher weil wir zum wurst haben weil mein balsam ring löst sich aus während wir beim thema balsam sind kann ich mir das riech salzen du kannst mit haltern darf das weil haltern hat ja noch salz in seiner tasche salz ist keine keine glas scherben in den mund bitte net hier zieht dabei das gewaltige tor zu und die leder schwingen die immer noch von draußen gegen an schieben blocken dann gegen die band muss man nach mir halt können oder geht das automatisch geht das nicht automatisch jetzt er hat moment darüber nachgedacht dann fiel ihm ein wie die skillwerte von haltern so sind und er hat abstand genommen ich will nichts sagen aber heilkunde krankheit aktiviert auf 3 so könnt ihr euch sammeln und wieder zahlreiche heiltränke zu euch nehmen entkorken runterstürzen und auf die wunden blicken die sich dann nach und nach schließen wirklich erholt seid ihr nicht ihr fühlt euch immer noch ermattet immer noch lastet der erste namenlose tag und der wahnsinn auf euch aber ihr habt ein erstes wichtiges ziel erreicht das innere der arche betreten und den steuerbaum zunächst vernichtet eine von diesen insekten göttinnen die hier in den baum geworben worden sind habt ihr vernichtet die türen wurden zugezogen sodass die wesenheiten von draußen immer noch gegen die holzer gegen die holzer krachen ihr könnt auch von oben aus dem dach einige krähen beine hören wie sie dort hinüber tickeln und ihr könnt auch sehen wie der baum nach oben wuchert knorrig borkig verwurzelt mittlerweile hat sich dieses wesen aus holz komplett verfestigt ist nicht mehr fleischlich sondern nur noch aus unholz bestehen und die augen haben sich zu schwarzer kohle verwandelt der baum hat einige schwarze adern bekommen und stirbt nun nach und nach weiter ab was wollt ihr tun also wenn ihr euch von demnächst dann auch so zu richten lasst sehe ich schwarz durch alle drei durchzukommen dann wir müssen klettern das ist doch offensichtlich oder die anderen werden oben sein die frage nach oben oder unten klettern naja lässt mich doch mal schauen ich gucke mal ich gucke mich ich gucke mich auch mal nach der mussten adern die optimale weiterleiten also in meiner vision ging es nach unten steuer baum und dann herz oder nicht versteht auch herz auf und als nächstes auf der liste das ist wahr auch das herz ist unten aber war das war erst eine der steuerfrauen oder habt ihr mit euren eisbomben die anderen getötet aber mir nur diese sei es im gleichen baum sehe ich unten irgendwas das wird einfach mal mein kopf nach unten halten ich will mal gucken sehe ich da irgendwelche viecher viecher ja totamorphos und zwar eine ganze menge du kannst den kaputten baum dort sehen er wurzelt wohl tief von daher ein weiteres loch was nach unten ins innere führt ihr könntet von hier aus auch wenn ihr euch nach unten gleiten lasst einen baum entlang auch wieder nach draußen auf das oberdeck treten aber das solltet ihr eventuell gar nicht tun denn dort oben sind es noch zahlreiche von den lederschwingen ihr habt zwar das ein oder andere besiegt aber viele weitere warten dort auf euch auch wenn die königin tot ist kommt von oben tageslicht rein oder ist dann noch mal sehr schwach also tageslicht gibt es am ersten namenlosen sowieso kaum aber das luft ja okay also wir sind am oberen ende des baums verstehe ich das richtig ihr seid im ersten stock ich schau das hier ist dieses gebäude in dem ihr euch steht das loch durch das dach da geht auch die baumkrone hindurch hier steht im erdgeschoss es gibt noch ein zweites geschoss und wie gesagt den durchbruch nach oben also ihr könnt auch nach oben klettern na ja also sieht für mich so dass also das bestimmt jetzt hier noch ein haus oben drauf der einstock meine ich entschuldigung und dann die dritte vier sind ja alles so aus die sind dann bestimmt irgendwo und da wollen wir erst mal das vier oben umbringen herr abel mir oder könnt ihr die nach oben werfen ich weiß nicht ob wir sollten nur die steuer vor das mal erledigen und das können wir später kümmern naja also unten bist du sicher weil nach oben geht es auch noch ich vertraue auf zulamins vision ich habe gesehen wie mehrere dieser kreaturen am stamm hinauf und hinunter geklettert sind ich muss allerdings auch sagen die morphos sind mir in der vision nicht aufgefallen naja was soll ich denn vor folgenden vorschlag ich klette mal ich also ich habe nur ist ja nur zwei miteinander oben ich gucke einfach mal oben ob du noch verdienst du bist du eigentlich lebensmüde du kannst auch nicht immer überall voranstürmen also normalerweise bin ich da ja ganz bei dir aber was soll denn sonst vorgehen der mutter habe mir kann ja wohl nicht von guter frau zulemin kann auch nicht folgen mir das ist auch geweihter kann auch nicht vorgehen und du bist wichtig wegen dem eisschwert wir sollen dann vorgehen ich verstecke mich hinter zulemin jeden tag die kiste könnt ihr einfach tun was lassen was ihr wollt und das eisschwert gibt mir zumindest die möglichkeit mich wohl am besten gegen diese viecher zu verteidigen ich weiß nicht ob es aufgefallen ist aber die die kiste kann jeder tragen während die beiden argumentieren kletter ich mal kurz nach oben um einen blick zu riskieren ob da einer von den steuerfrauen ist du kletterst nach oben ins nächste stockwerk hinein siehst du wie sich dann der tote baum gabelt weitere schwarze adeln und linien die sich dann hier auf den ästen verbreitet haben aber auch kein weiteres wesen was hier in kopf nach draußen streckt oder dich angrient hier ist nichts wir können also hin absteigen jetzt haben wir so lange geräte das haben wir selber gemeint das ist ja auch keine lösung dann gehen wir jetzt runter ja dann kannst du gerne verlieren oder soll ich vorgehen möchte ich mir anders vorgehen ich gehe wohl vor wenn jemand anders vorgehen möchte soll ich vorgehen ronga soll ich vorgehen wie tief es ist wenn man da jetzt runter springen wollen würde vier meter vier meter ja springt ronga kannst du eine körperverschungsprobe würfeln je nachdem wie viele punkte übrig bleiben müsstest du dann auch gar nicht auf deine w6 würfeln du könnt ihr nach und nach nach unten klettern oder springen und taucht dann im weiteren untergeschoss ist es wohl ein aufbau der arche es ist immer noch das oberdeck was dann wohl auch beim buchweite ausgeformt worden ist sie könnte dann auch durch den kleinen ausgang nach draußen gucken sie dort weitere verbrannte ruinen gebäude von entweder häfen oder irgendwas anderem verformtes holz was sie ja damals selber benutzt hat zumindest jahland hat er diese gezeigten spinne so geformt gewandelt und gedreht wie er es wollte als meister der arche mit jammisch akku ich würde nicht unbedingt sagen dass sie gemacht hat was ich wollte ja zu großen teilen ich wollte mehr was gemacht hat und wir waren aber einfach alle nicht so genau nachgesehen die morphos sind vereist zersplittert spritzen an die wände und noch zahlreicher schleim der sich hier ausbreitet ihr könnt noch weitere schlurfen irgendwie im norden von euch hören also der rest des oberdecks scheint da wohl noch weitere gänge zu haben wo weitere morphos dann triefend schlurfen aber zumindest für euch sind die erste mal keine weitere gefahr und ihr seht unter euch ein weiteres loch durch das dann auch zahlreiche von diesen ästen und wurzeln des baumes nach unten ragen und dort mit dem weiteren inneren der arche verbunden sind also hemi das wollte jetzt noch mal vorklettern weil ich glaube jetzt wird es sehr gefährlich wenn das wieder ist dann ist das sehr gefährlich nun und ich bin der beste kletterer von uns allen ja ich gehe vor wie ihr möchtet so verschwindet ihr im inneren der arche ihr könnt sie hören wie das holz atmet lebt sich verschiebt auch wenn die eigentliche steuerfrau tot ist aber das herz pumpt ihr könnt die organe neben euch spüren diese dort irgendwo leben ihr seht die käfer die um euch herum laufen an den wänden der decke auf dem boden überall herum sind schwarze käfer mit den blauen punkten die schmiere verteilen die teilweise andere käfer kannibalisieren sich gegenseitig fressen oder aber auf großen pfaden oder straßen dann nahrungsmittel fleisch von der einen zur anderen richtung transportieren harz kügelchen die dann irgendwelche ebenen verstopfen ihr könnt ast schmieren entdecken lange dünne gänge die immer wieder in nirgendwo verenden irgendwelche holz stiegen die piraten vor lange zeit gelegt haben die dann morschig unter euch knacken mal steigt es steil an oder aber führt in einem kreisbogen nach unten ihr habt keine wirkliche orientierung diese arche ist gewaltig riesig groß stadt groß und nicht nur ist sie lang sondern vor allem voluminös so dass ihr lange umher zieht so dass sie teilweise auch die orientierung verliert gibt mir mal eine probe auf orientierung plus 18 ich habe richtungssinn mit einer oder alle warum alle ich habe mir meine erfahrung aus noch irgendwie etwas hast du es denn gesteigert was hast du dir damals reiche zeiten ja hast du dir damals aus der gezeiten spinne die die du hattest eine kultur in der ortskenntnis die ortskenntnis hast du dir die kommen nö dann wohl nicht archen sind halt immer anders weißt du wer die richtungssinn selbstverständlich hilft in richtungssinn ich werde garantiert nicht würfeln wenn du zeit hättest würde dir das auch helfen wir doch alle 120 der namenlose ist richtig mit euch ich würde mir rakeln aber dazu bräuchte ich die erschwernisse ich nehme an notlage ist es gerade akut nicht aber kirchlicher göttlicher auftrag gilt noch nicht für die steuerfrauen kommen bevor die arche wieder aufwacht was daran ist keine notlage hier ist doch schon wieder wach warum sind wir dann noch nicht tot ich stelle es mir vor dass quasi ein teil ihres gehirns ausgefallen ist vielleicht sind wir in dem guten teil ihr füffelt auch alle 120 muss doch so dann weiter erschwernisse also plus sieben bei namenlose tage genau keine notlage kein göttlicher auftrag aktuell schon irgendwo dann dämonisch durchdrundes territorium auf alle fälle maxi das hebt sich dann mit dem göttlichen auftrag auf wargess bist du umgeben von ungläubigen also wir sind gläubig aber sind die anderen ja sind alles ungläubige piraten sommeria dämonen denn diese piraten numeria millionen jetzt mit uns im raum das problem da haben wir ja dienen der irrsinn du siehst immer mal wieder schatten die sich bewegen bist du selber ist es halt dann rogen mit seiner fackel erfahrt das roge video und mendarion sind jetzt nicht unbedingt die gläubigsten also wenn du mal serpentin und winzig klar ist okay da bekommen noch dann drei punkte drauf das sind elf die hälfte von elf dann sind wir bei sechs weil aufgerundet wird plus fünf dann sind wir bei elf die dann zu der orientierungsprobe dazu kommen du hast gesagt plus 18 und auch du würfelst nicht gut ihr verliert nach und nach die orientierung erst räumlich und dann zeitlich ihr wird wandert umher ziellos immer mal wieder versucht ihr markierung im holz zu hinterlassen und stoßt dann nachdem ihr immer gerade ausgegangen seid auf eure eigenen spuren moment 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 du hast deine orientierungsprobe nicht geschafft ja aber ich habe dafür doch eine richtig ich also zumindest für die markierungen nämlich jetzt muss ich einmal kurz gucken die sternenspur der gewaltig ist dass ich räume verschieben kann man sich vielleicht an die arme orientieren die irgendwo hinführen müssen ja okay ja dann machst du versuchst du versuchst es selbstverständlich auch mit einem anatomischen kenntnissen das problem ist ihr verliert sowohl die räumliche als auch die zeitliche orientierung und irrt und wandert umher immer mal wieder meint ihr euch hier wieder zu erinnern auch wenn midas versucht mit liturgien von vex da selbst wenn abel mir ist mit seiner art anatomischen kenntnisse versucht und der fließrichtung des unwassers des blutes des fleisches oder aber der der käfer die hier unter euch einen tanz aufführen ihr verliert einfach die orientierung jeden anhaltspunkt bis ihr dann zu ja außer kräften dann niederlasst ihr könnt erkennen wie wohl draußen auf dem offenen wasser an irgendeiner ass schmiere vorbeigekommen ist wohl eine dieser schießscharten wo die piraten mal standen vielleicht hier vielleicht seid ihr auch anders zumindest ist es einer dieser räume wo ihr nach draußen blicken könnt und seht wohl wie die seeschlacht sich leicht verändert hat das wasser ist ruhig geworden es ist sowieso ruhig aber auch der dschinn ist vergangen der elementare meister der des windes der des wassers es sind noch treibgüter dort draußen zu sehen ihr könnt noch einige tentakel erkennen von oktopoden die sachen nach unten ziehen ihr könnt die ojutsu täppchen erkennen viele segel die gebrochen liegen und der strudel der zugenommen hat ihr seid wenig gewandert an bord der plagenbringer blickt nach draußen und sitzt dort an einer dieser unrat verschmierten kuhlen wo sich abfall vom ganzen schiff gesammelt hat und welche unverwertbare beute abgelegte homeria schalen zerbrochene flaschen madige vorräte die neben euch liegen und ihr seid einfach außer puste ihr dürft gerne mal auf magiekunde oder gottan kulte würfeln gibt mir gottan kulte jetzt spät ich mache das magiekunde okay hättest du nicht sagen dürfen götterkult effects vermutlich nicht oder ich schaffe ich schaffe die 20 ja plus 13 gebe ich dir dann schaffen wir es ich habe die plus minus 0 du hast die plus minus 0 ja du bist komplett außer atem wusch dir mit deinem ärmel über die schwitzige stirn und seppendil du hast zwar die zeit völlig außer ja völlig verloren und auch zu lamin ihr habt komplett die orientierung kompletter irrsinn der euch umfasst hatte mittlerweile ist es eher eine trägheit die von euch besitzer gegriffen hat und ihr habt erst vor kurzem damals in der versunkenen stadt unter dem meeresboden nachdem ihr dann die sphären aufgefächert hat habt ihr erst den afestadil mitbekommen so dass er euch noch ein weiteres mal gute erinnerung ist trägheit die euch ermattet und dann niederreißt und da draußen auch keine kanonen donner mehr keine schiffskämpfe mehr also ist jetzt ein neuer tag für wen auch immer alles relevant ist ja was nicht hat jemand auch de facto die semi permanent sind oder die rajah stunde ist gekommen und gegangen die hüterin der lähmenden ängste ist eingetroffen habt ihr noch die kraft weiter zu gehen nun vielmehr die notwendigkeit kapitän ja ist nicht so als könnten wir uns hier häuslich einrichten wir laufen bis wir finden was wir suchen oder wenn wir sonst tun und ich schätze wenn sich jemand ausruhen muss könnten wir uns einen schlechteren ort aussuchen als diese ihre kammer wir wissen allerdings nicht wann die formungskräfte der arche zurückkehren und offensichtlich können wir uns auf die von abelmire wollen in erkenntnisse aus ähnlich gelagerten der subjekte nicht verlassen die plagenbringer scheint speziell zu sein ja aber mir du sitzt da gerade hast ein pergament rausgezogen mit kohlestift versucht eine karte zu zeichnen aber die überlappen sich teilweise du musstest dir auch umdrehen das pergament was dann wieder durchgestrichen das macht einfach keinen sinn entweder verändert sich wirklich die arche oder aber es sind unmögliche räume mit unmöglicher geografie ich würde aber mir gerne zur seite stehen mit meiner expertise aus der landvermessung ich würde auf dem boden weiter zeichnen kann es dann die archenkäfer beiseite schieben vielleicht vielleicht auch mit ihrem saft wenn du sie dann ausgedrückt hast mit mit ihnen weiter zeichnen weil ich bin das inspirierend vielleicht wie gesagt ich unterstützt habe mir dabei ich gebe dir mal eine eine unterstützende kartografie nimmt diesen kiefer landvermessung ja warum hast du das faktum weil ich dass meine teilen identität warte also vermessen bist nein das bist du aber egal ich vermesse nur ja seit der meinung dass ihr euch immer relativ nah am rand aufgehalten habe dass ihr nie wirklich ins innere eingedrungen seit versucht ein bisschen auch am herzschlag zu orientieren denn das braucht auch wenn die adern selbst nicht so fließen wie ihr das wollte oder wieder das einschätzen könnt auch die käfer ändern immer mal wieder spontan ihre richtung drehen sich mal im kreis mal wieder in die andere richtung und klackern durch irgendwelche löcher durch die nicht folgen könnt ich dachte das hauptkonzept sei es den den adern zu folgen was ist denn nun damit nun wir scheinen ist hier etwas anders dieses schiffes anders strukturiert größer und leichtes im kino die adern singen seinen namen dann hört ihnen vielleicht besser nicht zu die frau auf der anderen archie hatte doch gemeint dass es mittlerweile verwoben ist mit der essenz von naja ihr wisst schon möglicherweise ist das dafür verantwortlich und wir können hier auf die konventionellen mittel nicht zurückgreifen wir müssen also kreativ sein unseren verstand anstrengen über den tellerrand hinaus blicken aber mir konnte mit seiner kenntnis auch einige pfützen erkennen die wohl nicht recht zum unwasser passen zu scheinen auch einige sprunghafte proto tentakel die sich im inneren der der archie ausgebildet haben und namenlos nach euch greifen mit weißem fleisch ist also kein unholz oder irgendwelche materialien von agri mod auch wenn wenn humus oder unhumus ebenso seine domäne ist aber auch diese pfützen diese proto tentakel das weiße fleisch das erinnert sich viel eher an an die essenz von bahamut die ja auch durch euer schiff einstmals gequollen dass bis sie dann an groschmini herausgerissen hat das kommt mir bekannt vor ist nur die frage wie uns das weiterhilft weil ich immerhin mir nämlich nicht irgendwie ist es durchbringt bahamut diese gesamte aufmerksamkeit auf uns ziehe ich habe dauer für dauernd die namen der ärzte und jetzt wollt ihr mich belehren dann ich führe sie weil ich vor ihnen nichts zu fürchten habe ich wird aufgefallen sein dass wir jetzt gerade sehr viel zu fürchten haben da wir uns buchstäblich in der höhle des löwen befinden das sprich meine herren wir streiten jetzt nicht das ist dumm und kindisch und dann schlag besser eine lösung vor denn ich habe keine für euch die lösung ist weitergehen bis uns eine lösung einfällt wir können hier nicht verweilen ansonsten und ihr sprach von dieser raum gestaltigen wirkung das wäre wohl das letzte was uns jetzt zu passe käme geht mir einen moment ja er hilft mir diesen rucksack abzusetzen wenn uns die gegner nirgendwo hinführen dann schneiden wir uns wenn es sein muss wieder durch die wände es hat schon mal gut funktioniert das können wir nur begrenzt oft tun das eisschwert er kann das sicherlich häufiger als wir nun möchte herausfinden wie oft es noch hält und aussehen macht mir damit auch aufmerksam dann gut machen wir das doch so wir fragen einfach unseren kleinen helfer und er weist uns hoffentlich den weg was war aber ich kenne die steuerfrauen nicht würde es uns helfen padegan zu finden nein dann vielleicht lieber nicht halt dann mit deinem messer laterne hervor du siehst deine lampe vor entzündest sie erst mal nicht ich schaue die anderen an ich denke das würde uns weiter bringen es liegt eine mischung aus einem odem und einem ex posami darauf wenn wir damit die steuerfrauen finden können man mit der ex posami denn denken wir logisch darüber nach wir werden vermutlich nicht die steuerfrauen finden können wir werden sowohl durch material als auch durch die allgemein magische natur der archie davon abgelenkt werden allerdings sollte zumindest die kombination durchaus geeignet sein um uns den fluss der adern et cetera et cetera der dämonenarchie besser darzustellen es könnte also helfen wir brauchen nur vorher einen plan wo wir hin wollen man kann damit doch wände sehen aber es reicht nicht besonders weit wie gesagt ich würde euch nicht darauf verlassen dass ihr euch die archie wenn überhaupt blicken könnt ich sage nicht dass es unmöglich ist die zweigestaltige natur in dieser gewesen ist unberechenbar aber ich denke in unserer jetzigen situation dass die richtung so gut wie die andere oder habt ihr noch irgendetwas was stellen können nun betrachten wir einmal aber mir die er könnte sicherlich auf die springe helfen das verhältnis von steuerbaum respektive steuerbäumen zu dem marchenherz mit das meint ihr die entfernung oder nun die grobe anordnung und vor allem ob die steuerbäume aber auf oder abwärts sitzen nun das ist völlig willkürlich gesetzt bedauerlich in diesem falle sollten wir uns vermutlich die größte aber die wir finden können suchen und ihr folgen sie wird uns entweder zu den steuerbäumen oder zum marchenherz bringen natürlich unter der voraussetzung dass sie nicht sich nicht in den wänden verliert aber also wie ich die aufzeichnungen leute wurden zumindest in der gezeit entspielen aus effizienzgründen eben solche adern entlang der gänge verlegt oder die gänge entlang der adern diesen verdammten doch den verdammten adern zu folgen aber dann ändern die mittendrin einfach ihre richtung und nun seht ihr das problem ist dass wir die adern nicht genauso nicht so gut sehen können wie wir sollten wenn die laterne sie uns offenbart während ihr wieder von einem antrieb befasst werdet der fester deal zu sputten scheint könnt ihr tatsächlich draußen durch die astlöcher erkennen wie nach und nach auch das meer wieder auffrischt ein erster wind der sich erhebt im gegensatz zu den zwei tagen die sich gar nicht wie zwei tage anfühlten nun fast erfrischend anfühlt wie er durch das loch streift und dann könnt ihr sehen wie die wellen werden größer und größer werden sich auftürmen kleine geschwellen dazu werfen und aus der entfernung wenn sulamin ihr noch verbliebenes fernrohr herausholt durch das astloch schaut kannst du wieder die ersten schiffe und die ersten segel erkennen wie sie sich dort irgendwo im westen aufmachen um ein weiteres mal mit gesamter letzter kraft die arche anzugreifen es kommt wieder bewegung in die sache aber das war doch nie und nimmer ein tag die zeit kein täuschen hier in diesem in dieser dämonarche ich bin mir nicht sicher ob wir uns vollständig auf die ihre führen es spielt keine rolle wo wir wissen was wir zu tun haben nicht wahr das ist gut wir suchen sie einfach mit die rampe ich fürchte die hoffnung dass eine zweite welle uns wolltags in ihnen erspült ist töricht um wieso es sollte sie nun er wird wohl noch irgendwo da draußen sein wenn dies soll man ihr kontrollprobleme in den griff kriegt und die seeladler ist ihm zu hilfe gekommen ich denke er wird es nicht hierher schaffen aber ich hoffe es geht ihm gut dann ist er vermutlich an land und wird mit dem meistern der elemente gemeinsame sache machen und sie verbunden heilen er sollte tatsächlich die lampe anzünden versuchen wir es ansonsten ist sie nutzlos tut es da hat sie noch gleichermaßen recht ich habe was zum anzünden mitgenommen und wir waren im wasser aber es ist viel zeit vergangen seitdem feuer stein das geht immer notfall spendiert anderen manifestos wenn wir hinkriegen ich wollte gerade sagen ich zünde die lampe an du kannst erkennen wie das licht zweifach dreifach durch die gänge streift sie illuminiert und dann auch durch die wände hindurch offen der einen seite selbstverständlich nur die leere du kannst die wände auch erkennen wie sie teilweise zu leben scheinen und auch magie in ihren zu spüren ist und auf der anderen seite kannst du schemen erkennen gestalten humanoide kreaturen die scheinen zu arbeiten als würden sie direkt neben einer wand du würdest sie auf vielleicht 50 60 zentimeter schätzen stehen sie dort an tischen und machen etwas mit ihren händen dort sie arbeiten aber du weißt nicht woran du schätzt sie auf 67 und eine achte person die etwas weiterhin besteht wie eine werkstatt ich vermute dass wir dort nicht wollen wenn dort leute arbeiten nun wenn sie hier arbeiten werden sie sich hier auskennen es ist schon nicht wenn es sich ständig ändert ach ja ich hatte versprochen dass es auch dämonische verseuchung anzeigt also es sind lebewesen tragen sie dämonische kraft in sich minder pakte agremot minder pakte das ist nicht das problem wenn sie effektiv hier arbeiten können sollen werden sie wohl irgendeine art von handwerkszeug haben um sich zurecht zu finden du darfst mal auf alchemie würfeln habe ich das ist kein baum ist der land auf abladen auf kochen 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 nur wenn du koch nur eine spezietränke hast ansonsten ist die ablaufen würde ich aber zulassen ein problem glücker plus sieben würde die alternative habe spektakuläre drei punkte darin dann wahrscheinlich lieber klugheit oder wie viel plus 7 ich glaube du darfst nicht ableiten wenn du es hast du darfst nicht auch darauf eigentlich jeder hat das schon aber halt nicht tränke kochen ach so was mal so ich dachte mal einfach nicht in ihr euch rein das ist auch okay das ist eine valide probe und wenn jeder ableitung ich sage jetzt einfach nix okay okay sieben oder zehn das sind sieben oder acht leute wollt ihr mit ihnen kämpfen denn was machen sie denn da sind sie bewaffnet ich würde mal an die laterne fassen sehe ich dadurch das ganze dann auch oder ist es tatsächlich nur für den inhaber der laterne du siehst es auch die laterne mal weiter reichen nachdem wir alle einen blick bekommen haben was sehen wir also alchemisten serpentilio du musst nicht darauf würfeln sie stehen an entweder großen töpfen oder aber an abzügen und sind gerade dabei zu kochen du weißt nicht was das ganze durch die wände nicht sehen aber das ist eine alchemisten küche also eine relativ große tränke mische kann mir vorstellen dass die bedingungen da drin weniger als ideal sein müssen nun essen zumindest keine schiffshandwerker es ist gut dann sollten wir ja mit ihnen zurecht kommen ich frage mich allerdings auch ob sie wirklich etwas nützliches wissen aber der versuch ist besser als gar nichts nicht wahr und im zweifelsfall haben sie ressourcen die wir verwenden können vielleicht kommen wir mit einem gespräch weiter als mit der blanken klinge aber mir das wille er beutet der chemik einzusetzen in allen ehren ich würde nicht darauf wetten aber ja ich stimme zu gut dann werde ich jetzt die lampe löschen und wir versuchen uns in diese richtung zu bewegen warte ich dachte wir überfallen jetzt aber sie sind doch hinter einem mann wir reden ja wir reden erst mal mit denen du willst direkt von hier aus mit dem vorhandeln ok cool erst mal dahin kommen weil er könnte schon stand ich wollte sagen ich habe ein eischwert und wenn nicht wenn da der raum ist kann der eingang ja 50 50 nicht weit sein genau deswegen sparen wir uns die kerze und ich mach die laterne aus ja ok wir lassen wie das reden ja also ich jetzt mit dem fach sind nein nein das geht nach hinten los weil dann beleide das geht nach hinten los weil dann beleide gehe ich die gut als kassel geht während sich die see und der sturm erhebt der wind auffrischt geht ihr den astloch schmieren gang etwas weiter und steckt dann euer schwert in die wand um wenig aufmerksamkeit zu haben wir machen erstmal loch und gucken was passiert also sprechen mit dem das schlimmste was passiert ist das ist also ist dass die so durchschmeißen wie groß wollte das noch den haben ich denke klein genug das wurf geschossen eine geringe chance haben einzudringen schließlich nun ihr habt unseren versuch das schiff zu erstürmen bemerkt wir wollen nicht fangen dass die zu werfen haben nicht wenn der raum in sich geschlossen ist ja ich glaube die kommen da raus wenn die da raus wollen er lasst ihr das unsere sorge sein ok du lernst wohl hoffentlich was sie tut ihr hatte doch diesen einen gefangenen nostromo pulkes den paktierer den uns präodur brachte er sprach er sprach davon dass viele an bord gerade designer zunft angehören nicht einverstanden waren mit der art und weise wie polygon die arche geführt hat war das korrekt ich habe nur die protokolle der verhörung gelesen bedeutet seine zunft die archemistin oder seine zunft die paktierer soweit ich weiß haben sie das schiff verlassen aber es ist zumindest möglich dass es auch diesen minderen paktieren ähnlicher geht und es deckt sich zumindest mit dem was die zeitverbündete der kapitania der archie uns erzählt hat und dann sollten wir tatsächlich erst einmal mit ihnen reden vielleicht ergibt sich dadurch noch etwas ich werde mich bereithalten einen ding festzumachen wenn sie abhauen sollten gut gut durch stößt mit seinem schwert die wand es geht nicht ganz durch wie durch butter du hast immer widerstand wenn du auf normale hölzer triffst die noch nicht ganz zu elementen geworden sind vor allem durch den humus kannst du dich schneiden aber durch metalle an denen musst du dich auch vorbeischneiden denn das uneis oder das eis mit dem metall noch das wird nicht so einfach funktionieren hat akrimot auch viele elemente in seinem dienst auch das wasser musst du langsam und stetig umschneiden so dass es lange dauert aber du kannst dann nach und nach eine lücke schaffen durch die ihr euch dann quetschen könntet ihr achtet darauf dass es keine weiteren rufe gibt von anderen seite und wenn ihr euch dann ja nach und nach durch schieben könnte könnt ihr auch erkennen dass sie wohl immer noch beschäftigt sind zu kochen wie es wohl einem anderen schwarz alchemisten aus wahrung zu gesichtsstünde der raum selbst ist in roten nebeldampf getaucht war aber ein bisschen an der decke und hat sich auch abgesetzt sie haben euch noch nicht bemerkt bemerkt das sind tatsächlich acht schwarzalchemisten die hier mit ihren verdreckten schmierigen öligen oben stehen und kochen wohl immer noch dort während ihr euch nach und nach alle in den gang schieben können beziehungsweise in diese große alchemisten küche ja so was ich dachte ich dachte die idee war dass wir erstmal nur ein kleines loch machen um mit denen zu reden damit die uns nicht jetzt mit sauren bewerfen können nicht gleich eine ganze tür hier reinschneiden also da hat sich der plan geändert auf die ersten also ihr könnt auch ein fenster nur reinschneiden die werden aber zumindest euch noch nicht bemerkt haben sei denn ihr wollt sie jetzt aktiv ansprechen was war der plan ja genau ich wollte die aktiv dann ansprechen gut und wir sind natürlich auch einen hinterhalt legen ja was haben wir davon richtig wir haben nichts mit dem anspielen nicht klappt deswegen machen wir noch ein kleines loch damit wir einfach zur seite gehen und die nichts mehr tun können dann schneidet ihr euch hindurch und blickt auf die küche ja ich würde mich dann einmal räuspern die herren hätte jemand wohl einen augenblick für uns zeit die blicken sich allesamt um sehen relativ erschrocken aus einer tritt davor relativ schlachsiger großer hochgewachsener sieht aus wie so eine heuschrecke was wollt ihr warum seid ihr in den schmieren gang nun ein wahrscheinlich euch bekannter freund von euch nostromo pulques hat uns vor kurzem aufgesucht in einer angelegenheit die hier nicht weit davon belang ist nun wir sind seiner empfehlung nach gekommen und haben bereits eine der steuerfrauen ausgeschaltet doch wir suchen nach einer möglichkeit die anderen beiden zu finden die königin der leger schwingen ist bereits ebenfalls gefallen wir sind also sehr profund in dem was wir tun wir könnten allerdings gegenwärtig ein wenig hilfe brauchen denn die orientierung fällt uns zugebenermaßen etwas schwer und er sprach davon dass ihr uns vielleicht helfen könntet und so haben wir nach euch gesucht und da sind wir und da seid ihr nostromo hat mit euch gesprochen in der tat wo ist der nun unglücklicherweise hat er es nicht geschafft aber wir sind hier was heißt er hat das nicht geschafft nun er ist tot warum ich weiß es nicht ich ich zucke mit den schultern okay dann kommt aus den gang raus natürlich und dann würden wir uns daran machen reinzugehen beziehungsweise ich würde mich daran machen reinzugehen ja da muss ronga weiter schneiden es dauert dann noch zehn minuten und dann kannst du dich durch die wand hindurch quetschen und in der gewaltigen küche auftreffen gibt es dort eine tür für drei stück drei stück von verschiedener größe dann würde ich mich in einer einer tür stellen um sie ihn sozusagen etwas blockieren könnte man sagen und er stellt sich hin bei anderen die drei anderen hat hier müssen haben schon wieder angefangen zu kochen das unterscheid ihr nicht zu interessieren und ihr könnt euch dann wie gesagt an den ja den den sprecher dieser partei wenden übrigens nafton es ist mir eine freude wie das mein name und glaube er ist vertreter eurer zunft serpentilio heißt er wirklich ist so nicht nennen aber angenehm der serpentilio aus brawack ja ich bezweifle dass ihr von mir gehört habt meine werke waren theoretischer natur was die alchemie angeht aber selten das praktisches veröffentlicht haltet ihr uns jetzt für dumm weil wir stehen und kochen nein nur ich meinte dass hier scheint sehr praktisch alchemistin zu sein ich habe einen doktor in alchemie dann habt ihr sicherlich zumindest die abhandlung die ich unter der seite konservating geschrieben haben wir hören auf ein ex und schuppen hatte fakten gelesen glaube ich gelesen ja und was denkt ihr ich hätte zwar keine ex und schuppen genommen sondern mal schuppen weil sie ein besseres desidierat sind aber zweifelsohne mag das eine überlegung wird sein aber gleichzeitig müsste überlegen dass sich die veränderung der teile eines wasserlebewesens bei land basierten zaubern im grunde selbst ins kinn schießt man ihr müsst ihr dürft nicht vergessen dass der arme trotz als solches schließlich ein ernstzauber ist wir haben sicherlich zu ende zu ende der namenlosen tage sollten wir erfolgreich sein noch alle ausführlichkeit um das für und wieder von maru schuppen zu diskutieren aber jetzt müssten wir doch insistieren herauszufinden wie wir zu den weiteren frauen kommen ihr meint die königin ja fängt vermutlich in der herzkammer rum die restlichen zwei nun dann müssen wir in die herzkammer könnt ihr uns den weg weisen ihr wisst schon dass da palligan rumläuft oder ja das ist teil unserer aufgabe der splitter das ist doch schon klar oder deshalb haben wir hier eine truhe naja ich habe ja auch viele truhen das kostbar seilt ich nehme an sie ist vom hochkönig der zwerge glaube ich ja meine spur endurium einige einleger arbeiten granite rubine schöne arbeit zwergen arbeit ein auge für material hat der mann das muss man ihm lassen das stimmt es ist eine ausgezeichnet gearbeitete truhe sie ist mehrere tausend dukaten wert würde ich schätzen aber das spielt jetzt keine rolle könnt ihr uns helfen oder nicht ja also wenn ihr dort entlang geht er doktet auf die tour woran gesteht kommt ihr zum anthropäum da wollte ich glaube ich war nicht hin faulen das fleisch und menschengärten und sowas da drüben findet ihr den altar der tiefen tochter da sind weitere unratkuhlen da ist der kakoni abfuhl zum herz der arche müsstet ihr noch sicherlich zwei zurzeit könnten sogar 33 stockwerke nach unten gehen den hat er jetzt wohl relativ noch verschoben damit er dort in nun ja alleine werkeln kann er wollte uns auch nicht dabei haben er vertraut uns nicht mehr kann ich mir fast vorstellen ja ganz unten die gänge sind aber auch nicht für menschen zugänglich das sind die hebenatoren der ganzen homeria aber da kommen wir nur mit kajubo oder sowas mit sich aber auch gar nicht vor naja schatz kann man würde glaube ich auch nicht interessieren nur für das protokoll wo sind denn die schatz kann man es gibt mehrere drei stück lagern dort irgendwelche dinge ein die uns gegenwärtig helfen könnten zur herzkammer vorzustoßen zur herzkammer ja sicherlich also wir haben eine ganze menge von agribot tränken gebraut die können euch auch dadurch brennen würde schon gehen nun aber ihr habt ja helfen eischwert würde ich tatsächlich wenn das elementar harmonisches eis ist schneidet euch doch einfach den gang nach unten geht durch diese tür und dann nach unten schneiden wir haben da müsst ihr noch ein bisschen gehen wir können auch den gängen folgen aber da sind eine ganze menge an diesen pervertierten merian und es sind piraten werdet ihr dort finden auf geil zu lieben das sind diese merkwürdigen kreaturen die dann noch mit der essenz von barmuth verschmolzen worden sind scherenwürmer fettet ihr dort finden nach so und unten hängt dann auch noch die andere arche herum objekt omega das ist wohl die letzte perversion ja da wohl irgendwo in den häfen gebunkert hat nun stromo sprach außerdem von holz golems die hier stationiert sind wisst ihr wie viele es sind ich glaube es sind fünf nicht nur holz sondern generell alle agribotschen elemente die werdet ihr auch in der pyramide finden fünf fünf holz golems mit beziehungsweise golem golem iden der und die und die martfrau frau bötticher auf der kaiserlichen trerema admiral kronstadt wo findet ihr die also die kronstadt findet ihr ganz hinten eingearbeitet aber die hat ich weiß jetzt nicht warum ihr mit der sprechen wollte aber die müsste irgendwo bei den anderen rumlaufen ich glaube nicht dass sie er aktuell immer noch rumläuft die ist komplett verwirrt die frau nun das ist unglücklich war das wieder so ein ding was euch nostromo mitgegeben hat in der tat meinung könnte die vergessen und paligans kollege morda er ist in der pyramide oben im nademst des auges ich verstehe dann danken wir euch für die einblicke die uns gewähren konntet wir werden unser möglichstes tun dass nicht nur die eine sondern auch die anderen beiden steuerfrauen sowie das aderchen herz und die anderen beiden deliquenten fallen werden ihr solltet vielleicht in betracht ziehen ein wenig für aufsehen zu sorgen und dann das schiff zu verlassen nur aus der perspektive heraus dass möglicherweise bald ungemach geschehen wird ungemach ja so verstanden was meint ihr wo wir uns zurückziehen sollen oder wie wir sind hier mit dem auf einem schiff ihr sprach doch davon dass dort noch diese andere arche ist ihr habt gesagt ihr habt genug agrimontränke gebraut ist einer von euch ist einer von euch zauberbegabt ja schon dann sendet ein rotes leuchtsignal eine arche wird kommen um euch aufzunehmen sagt ihnen dass wir euch schicken naja oder wir verraten euch jetzt an paligan selbstverständlich aber was gewinnt ihr daran sobald dieser kann sinkt oder glaubt ihr wirklich dass er für eure art nach verwendung hat so weit er fertig ist wahrscheinlich nicht aber wenn wir euch verraten einige helden und der bleichen worte ihr habt euch einen töter an bord aber damit erzählt ihr ihm ja nichts neues es wird seiner aufmerksamkeit kaum entgangen sein dass wir hier sind und er hat beschlossen es zu ignorieren meint ihr wirklich ein fataler fehler in der tat aber auch er macht fehler oder wenn er uns nicht ignorieren würde warum sind wir dann noch im leben und wurde nicht in den schmiergängen zerquetscht und überlegt weil die die steuerfrau getötet habt guter punkt nun wie könnten wir uns denn eurer hilfe sicher wissen ihr seid doch sicherlich auch an irgendetwas interessiert dass wir gegebenenfalls bieten können eure waffen glaube nicht dass diese waffen für euch von interesse sind oder wollt ihr normalen stahl und geweiht waffen haben das ist doch nichts was euch interessiert ich habe gehört ihr habt indorium dabei möglich also ist das der preis wenn ihr mir indorium gibt ja alles klar nichts dann haben wir uns das dann haben wir einen die eine übereinkunft also wo sind die waffen aber mir bezahlt den mann doch bitte ich habe ich sehe oder arm schienen bis hierhin von können ich werde meine arm nicht diesen alchemisten aussehen jenner schneide ich sie in stücke ich bin mir ziemlich sicher das würde er sowieso damit tun also habt euch nicht so nein aber mir nein ihr müsst den mann nicht bezahlen dafür bin ich da ja ich würde gern ich würde gern die bruchstücke der lanze hervorziehen nie nein 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 jalan hügt persönlich kommt aus dem nachleben und haut dich du greifst nach der bruchstücke der lanze finster fang du findest da fängst dir gleich eine ja du kannst tatsächlich sehen gerade diesen streit hätte er unglaublich gerne ausgenutzt du siehst wie er die flasche mit dem mit der sordulsäure wieder hinstellt und nickt dir anerkennend zu legt es ab und geht eure wege noch erfolgreiche ich lege es hin so dass es nehmen kann und würde mich dann zum gehen wenden er deutet auf die tür also zulamin hat keine emotionale bindung an diese lanze der pentilio auch nicht ich aber ich weiß nicht mal was da hingelegt hat das war die lanze die damals rassasor zerschnitten hat ich weiß das aber halt dann rogel steht da hoch schwarzes glänzendes metall so könnt ihr dem gewiesenen weg folgen und trefft nach und nach auf etwas mehr orientierung sobald wir hier raus wenn der erste herrscht heute ich ihr könnt euch weiter auf der arche orientieren und findet dann tatsächlich einen weg sowohl nach oben in richtung der pyramide ein steiler stufenaufstieg ihr müsstet über ohne 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 die luft wird es nicht funktionieren aber es sind wieder stunden vergangen auch tage vergangen so dass die leder schwingen zumindest wieder sitzen oder in wolken kreisen aber keine aufmerksamkeit auf euch haben und euch auch an anderer stelle vermuten aber ihr müsstet noch an den geizurin vorbei die dort auf der wache dort wache stehen und die pyramide und den zutritt dorthin bewachen und ihr werdet nachdem ihr euch geschnitten habt könntet ihr euch ebenso durch eine wendeltreppe nach unten tasten und dort auf die returalkammer mit pervertierten homeräern treffen an dieser stelle blickt ihr euch um müsstet euch trennen also wollt ihr es durchziehen aber mir ja ich kann nicht dabei sein wenn der später fällt der später träger besser gesagt das risiko will ich nicht eingehen also ihr näht hier und wer noch ronda kommt ihr mit mir ich würde mich mit zum herz begeben deswegen bin ich hier nun gut ich nehme jeden den ich bekommen kann mein narion blüht sich von innen raus ich weiß nicht wo du hingehst aber ich komme wohl mit ich habe das gefühl war tag fertig gewollt bei dir mit zu gehen also ich verdrehe nicht die augen aber nicht so wartet mal kurz wir schauen uns an wer geht zur herzkammer ronga der pentelion da nirgendwo hinter mir nicht ist denn wir brauchen zauberer aber überall ich gehe dahin wo auch immer wir den splitter vermuten der splitter ist unten das ist zur herzkammer aber mir geht morudal aufgaben aber dann muss dann gehen wir aus sich um die ringe kümmert und realistischerweise im endarion gibt realistischerweise gabelt morudal und so auf aber er ist nicht so wichtig die effort geweihten der zwei stück könnt ihr trennen dann geht faramut dort nicht okay dann hast du für einen schlacht dem boss gegenüber zu getreten trennen wir uns jetzt also es gibt ja zwei wasser das ist ja das schöne mehr von für uns und so trennt ihr euch ihr könnt ja wolltet ihr euch an den homerian die hier wache stehen vorbeischleichen oder wie möchtet ihr euch trennen wir sitzen dutzend leute wissen beide dass das nichts wird wo müssen wir denn eigentlich hin also so von unserem kenntnis die eine nach unten die anderen nach oben ach so die bewahren das treppenhaus genau mit einem raffin wäre das alles kein problem vielleicht auch eine mira kein problem aber so sind es noch einmal ja homeria und scherenwürmer die euch im wege stehen und während ihr euch überlegt vorbeizuschleichen dann durch dagegen entscheidet eure waffen zückt und auf sie zu rennt sie zerschneidet tobt der sturm draußen weiter und weiter und weiter jalan als du dich umblickst kannst du sehen dass du an bord der seeadler von beilog stehst oben auf dem achterdeck geben dir altbekannte gesichter teilweise auch neue gesichter du kannst das wettergegerbte gesicht von rattra alsanin und das von wilbur kornplatz erkennen um dich herum tobt sturm als mond was macht ihr denn hier ich bin nicht tot seid ihr nicht woanders eben das ja wir hatten euch hier nach nicht erwartet aber wir können euch gut gebrauchen was soll ich sagen alter freund hätten wir nicht heute hier sein wollen wären wir nicht vor jahren gemeinsam in see gestochen wo sind wir denn kämpfen im selheimgrund also dich um blickst auf der sturm aufgepeitschten see kannst du es knallen hören schiffe hunderte von schiff und dämonen archen dämonen die auf dem wasser starksten und schutzschuhs die mit ihren tankteppichen nach schiffen greifen botzen die abgefeuert werden krieger schiffe admirale freibeuter piraten kriegsräte das ganze wasser wimmelt und du kannst sehen wie vor dir eine 200 schritt lange dämonenarche aufragt gezogen von drei seeschlangen und ihr mit der seeadler direkt auf sie zufahrt die eine oder die andere weise das ende ist gekommen das ende ist gekommen und wie gesagt ich weiß nicht wo du herkommst aber du sollst mir willkommen sein sterben wir gemeinsam hier ein letztes mal ein allerletztes mal plagen wir das meer der finsternis zurück und während du die riesige plagenbringer betrachtest kannst du erkennen wie eine gewaltige pyramide von ihrer achterdeck von dem von der heckseite aufragt hochwuchert und ein konstrukt wabert es greift in die sphären das ist grau es ist eine eigene präsenz die dort angebracht ist und dich verhöhnt der name brennt in deinem kopf hier platzt blut aus der nase und während du dich ein letztes mal umblickst kannst du sehen wie die seeadler direkt in die mitte direkt in die mitte der plagenbringer rammt du kannst zahni noch neben dir an dem steuer kennen liebesgrüße ausgeahlet gegen die sphäre kugeln vorne im ramm sporen explodieren und dann seid ihr irgendwo im inneren der plagenbringer ein gewaltiger ruckmasten die brechen die seeadler die sinkt mannschaftsmitglieder die umhergewirbelt werden du siehst wie wilbo kornklotz auf dem deck herum gewirbelt wird versucht noch nach einer hand zu greifen hat der walsanin der immer noch am deck steht und lacht und dann wird alles grau